Hallo und herzlich willkommen zu den Comic Cookies. Ich bin die Katie von Katie Artistry und darf euch zur neuen Ausgabe begrüßen. Ich bin Comiczeichnerin und Illustratorin aus Erfstadt bei Köln und ich zeichne hauptsächlich Illustrationen für Kindermagazine und Comics hauptsächlich für Erwachsene, denn am liebsten zeichne ich Horrorcomics. In jeder freien Sekunde arbeite ich an meinem Science-Fiction-Epos After the Shifting. Die ersten 50 Seiten rum könnt ihr zum Beispiel bei Tapas lesen und 3000 anderen spannenden Comic-Geschichten, aber da reden wir dann ein anderes Mal drüber. Jetzt erst einmal ganz viel Spaß mit der neuen Folge der Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. Herzlich willkommen zu den Comic Cookies, Folge 98. Wir geben schwer auf die 100 zu. Comic Cookies ist der Comic-Podcast aus Deutschland seit 2012 und einer der Gründungsmitglieder ist auch heute wieder mit am Start. Breedstorm, wie läuft's? Ja, pfiert euch. Also bei mir läuft's super. Heute aus Bayern. Breedstorm ist ein bisschen näher in meine Region gezogen. Ich bin übrigens Andi aus Nürnberg. Ich hab mich nicht vorgestellt. Blöd gelaufen. Aber ich bin quasi Teil der Next Generation Comic Cookies zusammen mit dem Patrick. Patrick, hi. Hi. Stimmt, ich bin auch dritte Generation. Ich weiß es nicht genau. So genau lässt sich das, glaube ich, auch nicht festlegen. Und wer auch noch hier mit in die Next Generation reinzählt, ist der andere Andi. Servus, Andi. So, wir sind, wie ihr merkt, heute wieder in Vollbesetzung. Wie er jetzt die ganzen letzten Monate schon zu viert. Voll, hör. Den hab ich nicht verstanden. Aber gut, solange du Spaß hast. Voll. Ach. Er pegelmäßig, bitte. Einer von uns trinkt. Ich bin's nicht. Wir stellen heute wieder acht Comics vor, zwei pro Nase, so wie es normalerweise unser reguläres Programm ist. Und wir werden aber auch vorab noch ein, zwei andere Themen besprechen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was alles auf der Agenda steht, bis auf ein Thema, das der Andi mitgebracht hat. Aber ich würde sagen, vorneweg, wie immer, machen wir erstmal kurz die Runde. Jeder nennt mal kurz die zwei Titel, die er heute vorstellen wird. Breed zusammen, fang doch mal an. Ich hab mitgebracht Black Hammer und Justice League, das Crossover von Dark Horse. Und dazu gab es eine kleine Abstimmung. Auf Twitter hab ich zwei Comics, die ich gebraucht gekauft hab, gegeneinander angetreten lassen. Siegreich hervorgegangen ist Fuck von Chester Brown, ein alter Titel, der bei Reprodukt in Deutsch erschienen ist. Patrick, was stellst du heute vor? Ich hab tatsächlich auch einen Titel von Reprodukt. E-Produkt, Ralf Azzam. Das ist eine franco-belgische Reihe und von Neil Gaiman mögliche Geschichten. Andi, was geht's bei dir? Ich hab zum einen, ich stell quasi zwei Anthologien vor. Zum einen mach ich so eine Doppelbesprechung von den Bänden Cosmic 2 und 3. Und dann geht's um Sumi, auch so eine Horror-Anthologie. Was Schauriges hab ich auch. Ich hab heute zwei Literatur-Adaptionen dabei, die aber doch sehr unterschiedlich sind. Und zum einen ist es die Edgar Allan Poe-Adaption Bernice von Lukas Jülliger. Und zum anderen die Darbin Cook-Adaption von, ich hab's heute im Hals, es tut mir leid. Irgendwie muss ich da gleich mal jemand anders reden lassen und ein bisschen was trinken. Von Darbin Cook, den ersten Band seiner Richard Starks Parker-Reihe namens The Hunter. So, also, Andi, du wolltest heute nochmal ein Thema ansprechen. Ich wollte heute ein Thema ansprechen, aber ich möchte es gar nicht so riesengroß langwerden lassen, weil, glaube ich, schon viel dazu gesagt worden ist. Mir geht es einfach um die Feststellung, die ich hatte, dass die Comic-Blase, in der ich so lebe, nicht die Comic-Szene ist, die dann doch sehr viel, ja, umfangreicher ist, als ich sie zunächst eingeschätzt hatte. Also worum geht's? Es geht um diese Geschichte mit der Comic-Szene und ich glaube, die meisten unserer Hörerinnen dürften mitbekommen haben, dass die Verantwortlichen der Comic-Szene, das ist ein René, ist doch der Chefredakteur, den Nachnamen kenne ich gerade gar nicht. Da darf ich ganz kurz direkt mal reingrätschen, dass du jetzt die Zeitschrift Comic-Szene meinst und am Anfang hast du Comic-Szene. Ganz richtig. Das ist im Audio immer ein bisschen schwierig, dass die Zuhörer das auch auseinanderhalten, die vielleicht auch nicht genau wissen, worum es geht. Also es geht um einen Vorfall, der Zeitschrift Comic-Szene und das hat dein Bild auf die deutsche Comic-Szene ein bisschen verändert. Völlig richtig. Da wollte ich mich gerade noch ein bisschen ausholen, indem ich kurz erkläre, was die Comic-Szene mit X in dem Fall nämlich ist. Die Comic-Szene ist ein Fachmagazin für Comics, das ganz viele Dinge macht, ganz viele Hintergrundinformationen bietet und vermutlich, genau weiß ich das nicht, aber es ist schon sehr wahrscheinlich, auch das auflagenstärkste Fachcomic-Magazin in Deutschland ist. Und gerade so, was diese wirklichen Magazine angeht, es gibt noch andere Veröffentlichungen, die auch in Comic-Shops rumliegen, wie aktuell zum Beispiel die Comics und mehr, Nummer 97, ganz aktuell erschienen, aber das ist immer auch so eine Mischung aus Katalog irgendwie noch und Beispielen von irgendwelchen Comics, Ausschnitten und eben auch ein bisschen Werbung. Aber die Comic-Szene selbst hat eher ein reines Fachmagazin, wird tendenziell auch von Fachjournalisten geschrieben, gibt es seit vielen Jahren und ich hatte tatsächlich auch mal ein Abo bei den Laufen, aber alle drei, vier, fünf, sechs Ausgaben, die ich dann in diesem Jahressatz dabei hatte, die stehen allesamt noch absolut ungelesen bei mir im Schrank, weil ich einfach nicht dazu komme, in meiner seltenen Zeit mich dann auch noch damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, tendenziell ist es inhaltlich wirklich sehr positiv bemerkenswert, was da in der Comic-Szene im Laufe der letzten Jahre erschienen ist. Das ist echt eine Menge Zeug. Kurzum, der Chefredakteur von denen ist einigen Leuten und auch mir mehrfach negativ aufgefallen, aufgrund von Äußerungen auf Social-Media-Plattformen. Da waren dann einfach auch mal Dinge dabei, dass er irgendwelche Leute als linksgrün versifft bezeichnet hat. Das hat ihn und sein Erwirken in ein schlechtes Licht gerückt. Da waren rassistische Dinge dabei, unter anderem auch der Umgang damit, wie das Cover von der Comic-Szene gestaltet worden ist. Und ganz aktuell gab es jetzt wieder einen Vorfall. Wir haben in der letzten Ausgabe der Comic-Cookies, auch darüber gesprochen. Es gibt einen Comic-Verlag aus Dresden, der klingt wie die Nazis von Captain America. Also diese Nazi-Gruppierungen, so haben die sich auch benannt. Und die sind ganz klar rechts einzuordnen, machen da keinen Hehl draus. Es gibt ja diverse Beispiele. Nicht nur, dass deren Comics absolut propagandistisch recht sind. Auch die Inhaber, Verleger dieses Verlags sind ganz klar rechten Gruppierungen und Strukturierungen einfach zuzuordnen. Da könnt ihr euch gerne ein bisschen belesen. Aber ich denke, die meisten von euch wissen da Bescheid. Da gibt es auch nicht mehr viel rumzudiskutieren. Und bedauerlicherweise ist in der Comic-Szene ein Comic von denen besprochen worden. Der ist dort quasi, also da ist ein Pressetext genau genommen abgedruckt worden, in dem der Comic kurz vorgestellt wurde. Und das kam bei dem von mir sehr geschätzten Emu Bizarro von Bizarro World Comics gar nicht gut an. Und noch bevor die Zeitschrift im Handel war, hat er sich von dieser Zeitschrift distanziert, der selbst nämlich auch schon häufiger als Autor dort aufgetreten ist, mit ganz tollen Artikeln. Auch in der letzten Ausgabe, was ganz aktuell ist, ich glaube zu einem Darwin Cook, heißt der? Darwin Cook? Ja, ja. Und hat sich also vorerscheinend, der auf dem Fachmagazin davon distanziert, hat damit eher noch so ein gewisses Interesse provoziert. Was, sag ich mal, auch für gewisse interessante Diskussionen dann eben in der Szene, in meiner Bubble nenne ich es mal viel, eher gesorgt hat. Kurzum, es geht darum, dass anscheinend so formuliert das der Chefredakteur der René, er gar nicht genau wusste, was er da abdruckt. Er hat es einfach ungegen geprüft da in seine Zeitschrift gepackt und das dann erst mal rausgehauen. Das ist in der Form nicht glaubhaft, gibt diverse Beispiele und Belege dafür, dass das nicht stimmt. Und er letztlich hier was von einem rechten Verlag publiziert hat. Und das ist halt total nicht so richtig gut, wenn man eigentlich einer eher links anzuordnenden Comicszene, wie ich sie kannte und kenne, unterwegs ist. Der kam uns halt gar nicht gut an. Diverse große Namen der Comicszene, also mit Z in dem Fall, haben sich von der Zeitschrift distanziert zu wiederholten Male. Und das war alles ganz doll und ganz schlimm. Was jetzt aber erstmal, das will ich nicht weiter ausholen, auch hier könnte man noch stundenlang drüber reden. Interessant war dann viel eher, wie der Umgang der Comicszene damit war, dass letztlich alle negativen Kommentare auf Facebook, die es dann dazu gab, auf der Seite der Comicszene mit X auch gelöscht wurden, sind nachträglich vom Chefredakteur. Und das war nicht so richtig prall. Er hat dann noch sogar noch einen draufgelegt und hat einen alten Beitrag, den er hatte, der sehr positiv kommentiert worden ist, aufgrund von Inhalten, tollem Cover und so weiter, hat er nachträglich abgeändert, da einen neuen Text und auch ein neues Cover, glaube ich sogar, eingefügt. Was da im Nachhinein dafür sorgt, dass man als Außenstehender den Eindruck dafür kriegen könnte, als hätte er Lob für seine aktuelle Publikation, für die aktuelle Ausgabe des Fachmagazins bekommen. Dem war definitiv nicht so. Ihm ist quasi the shit hit the fan. Ihm ist das Zeug um die Ohren geflogen. Es war ein ganz enormer Shitstorm, so wie ich das beurteilen kann. Und dafür wurde an vielerlei Stellen schon sehr viel gesagt. Deswegen will ich das hier nicht wiederholen. Aber das nun mal aus chrono, chronologischer, aus chronistischer, aus chronistischer Verantwortung heraus, wollte ich das mal kurz so zusammengefasst haben. Und nun ging das Ganze noch in die nächste Runde, weil alles, was wir bis jetzt gesprochen haben, das hat man sich irgendwie schon relativ schnell zusammenlesen können, wenn man zum Beispiel auf Twitter oder generell auf Social Media unterwegs ist und vielleicht nicht hinter dem Mond lebt. Wer aber anscheinend etwas hinter dem Mond lebte und das hat mich ein bisschen überrascht und das ist auch erstmal, jetzt klingt negativer, als vielleicht auch gemeint ist, ich hatte eben schon die Comics und mehr angesprochen. Die Comics und mehr ist eine kostenlose Zeitschrift, die ihr in diversen Comicläden findet. Da findet ihr diverse auch einfach Artikel, das ist ein kostenloses Ding. Diverse Beispiele für Comics, Ausschnitte, Leseproben, auch Artikel, News, also wirklich querbeet, alles dabei und natürlich auch diverse Werbeanzeigen. Und echt ein tolles Ding per se, nur war auch hier wieder eine einseitige Werbeanzeige zu eben genau diesem Verlag aus Dresden drin. Zum, ja letztlich jetzt schon zweiten Mal, dass wir in einem, wenn man so will, einer Fachzeitschrift Werbung für diesen Verlag finden, von dem sich wirklich alle großen Verlage, alle großen Veranstalter von Comicveranstaltungen, diverse Podcaster, YouTuber, Blogger und hast du nicht gesehen, öffentlich distanziert haben. Also was aus meiner Sicht wirklich medienwirksame Distanzierung gab, selbst da gab es jetzt hier eben eine einseitige Werbeanzeige für die Comics und mehr. Ja, und nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass auch hier der Chefredakteur oder Redakteurin, weiß ich gar nicht so genau, das wirklich nicht wusste. Jedoch ist das hier im Vergleich zur Comicszene glaubhaft und er hat jetzt hier vor, die Einnahmen aus dieser Anzeige, die hier generiert worden sind, eins zu eins zu spenden für einen guten Zweck. Ich weiß nicht genau, für was das jetzt war, entweder war es wie eine linke Organisation, nennen wir sie mal links oder eine andere, aber da könnt ihr euch belesen. Worauf ich jetzt auch gar nicht so weit darauf eingehen möchte, da gibt es ganz tolle Sachen eben auch zum Beispiel bei den Beiträgen, die die Sarah Burini auf Facebook postet, auch da mal eine große Empfehlung. Was mich viel eher geschockt hat, und das ist jetzt das eigentliche Kernthema nach dem ganzen Prolog dazu, ist, wie wenig homogen und wie wenig dann doch im Internet stattfindend die deutsche Comicszene mit Z also zu sein scheint. Ich war wirklich negativ davon überrascht, dass so große Publikationen wie die Comicszene mit X und jetzt hier auch die Comics und mehr anscheinend überhaupt nicht sensibilisiert sind für das Thema, sich auch gar nicht im Klaren sind, was es eventuell für eine Folge haben kann, ja letztlich Werbung für so einen Verlag zu machen, wie das wirkt und was für Konsequenzen das unter Umständen auch hat. Ich kann durchaus verstehen, dass man nicht so im Internet unterwegs ist, gerade wenn man vielleicht auch, sagen wir mal, bin ich auch ganz offen, vielleicht nicht unbedingt älter ist, aber zumindest einfach nicht so den Fuß hat im Social Media, aber ich bin schon sehr geschockt davon, weil so gefühlt alle, die ich irgendwie comicmäßig kenne, selbst im Frankfurter Comic-Stammtisch hier, die auch eher so eine lokale Veranstaltung sind, dass selbst die davon mitbekommen haben, dass es diesen Nazi-Verlag gibt und dass wir die einfach allesamt ignorieren, deren Namen nicht nennen, keine Werbung für die machen, nicht auf deren sehr provokante Aktivitäten auf Social Media Plattformen reagieren, die einfach wegignorieren. Damit waren wir allesamt sehr erfolgreich und nun haben wir zwei so große Publikationen, die plötzlich Werbung für die schalten, teilweise ungeprüft Artikel und Werb-Pressetexte von denen veröffentlichen. Das hat mich sehr geschockt und das war jetzt meine Feststellung des Tages quasi, dass die Comicszene mit Z, dass die nicht so homogen ist und nicht so klein bzw. so überschaubar und vor allem so gut vernetzt, wie ich das dachte. Und darauf wollte ich heute mal ein bisschen mit euch zu sprechen kommen. Ich wollte von euch wissen, was sind eure Eindrücke davon, wie homogen ist die Comicszene in Deutschland eigentlich? Das ist also eine Frage, mit der könnte man sich jetzt fünf Stunden beschäftigen, ist mir schon klar, aber gerade so diese Hintergrundinformationen, die ich genannt hatte, wie ist das für euch? Und ja, also für mich war das einfach vor längerem schon eine Feststellung, dass ich habe auch gerne den Begriff Comic-Familie ja benutzt. Ja, und auch das ist so ein Ding, der Begriff Familie ist für viele teilnehmende Personen dieser Szene kein positiv besetzter Begriff, deshalb bin ich davon abgerückt und sie ist auch nicht so homogen und es gibt da nicht irgendwelche einfach nur Gräben in dieser Szene, es gibt einfach ganz krasse, voneinander weggehende, divergierende Ausrichtungen von Menschen, die dann doch in der Comicszene unterwegs sind und deswegen wollte ich mal so eure Einschätzungen zu dem Thema wissen. Ich weiß nicht, Breedstorm, wie sieht es denn bei dir aus? Vielleicht willst du damit mal beginnen. Ja, ich denke, das ist wieder so eine Sache mit der eigenen Bubble, wie nehme ich die Umwelt wahr durch Social Media und gerade Social Media führt ja sehr oft dazu, dass du deine eigene Umwelt so widerspiegelst, wie du sie gern hättest, weil du folgst natürlich bei Twitter oder anderen sozialen Medien, ich persönlich, wie gesagt, bin nur bei Twitter, das reicht mir und folgst du Leuten, die die ähnliche Themen gut finden, aber auch die vielleicht eine ähnliche Einstellung haben und dadurch hast du das Gefühl, dass alle um dich rum eine ähnliche Meinung vertreten, dass aber der geringste Teil an Menschen überhaupt bei Twitter, aber auch bei anderen sozialen Medien ist, das nimmt man dann manchmal nicht so wahr, weil man sich so komplett in dieser Nische da, sag ich mal, so ein bisschen eingenistet hat und dann rausguckt und denkt, ja, was ist eigentlich mit den anderen falsch? Alle spenden doch sonst dem Applaus, was ich auch gut finde. Und das ist, glaube ich, teilweise eine trügerische Wahrnehmung, weil gerade bei, also gerade wenn du jetzt politisch links, rechts oder Einstellungen zu bestimmten Themen, lass es Einstellungen zum Thema Religion sein, lass es Einstellungen zum Thema Abtreibung sein oder sowas. Du wirst dich selten auf sozialen Medien mit Leuten umgeben, die da eine vollkommen andere Meinung haben oder der Großteil der Leute macht es so. Bei mir persönlich ist es, also ich beobachte auch manchmal interessiert Menschen, die eine komplett andere Meinung haben. Also ich habe politisch gesehen, Twitter habe ich sehr viele Leute, denen ich gefolgt bin, auch um einfach zu sehen, was kommt da jetzt zu gewissen Themen. Also die werde ich bestimmt nicht durchfaven oder durchliken, ja, also ich hatte zum Beispiel auch einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten da drin. Denen ist man einfach gefolgt, weil man wissen wollte, ob er nicht irgendwie aus Versehen den Dritten Weltkrieg aus Versehen aus Versehen ist. Ganz genau so ist es. Wenn es losgeht, dann möchte ich vorbereitet sein und ich konnte es einfach nicht fassen, das war halt Entertainment für mich. Ein ehrlicher Kandidat oder eine Kandidatin aus dem Bereich ist für mich zum Beispiel Erika Steinbach, die auch einen ganz weirden Twitter-Account hat einfach. Ich kann das beobachten, aber dass ich jemandem folge, ist für mich zum Beispiel nicht unbedingt eine Zustimmung, sondern ich... Oder eine Sympathie. Ja, also die Bandbreite ist dann auch wirklich groß, es gibt auch andere politische Leute von anderen Parteien, die ich mir dann angucke, aber das heißt nicht unbedingt, wenn ich denen folge, dass ich die gut finde. Und in diesem Fall ist es halt offenbar so, also ich habe auch die Wahrnehmung, dass in der Comicszene oftmals eine sehr, ja, linksliberale Einstellung oftmals zu Themen herrscht, aber das ist halt auch nur mein Eindruck von Twitter, ob das jetzt bei Facebook oder bei Instagram genauso ist oder ob wir sagen können, dass Künstler, weil sehr oft ist die Comic-Bubble ja nicht nur mit Fans durchsetzt, sondern einfach auch mit Künstlern. Und ob ein Künstler vielleicht eher dazu tendiert, eher links sich einzuordnen, als eher rechts sich einzuordnen, das kann natürlich sein. Wie hast du das mitgekriegt, Andi? Was war deine Einschätzung? Du bist ja schon ein bisschen länger dabei als ich. Ja, also das ist jetzt der eine Punkt, den Breedstorm gerade angesprochen hat. Man kennt nicht zwingend die Einstellungen der unterschiedlichen Leute im deutschen Comic und die müssen auch nicht unbedingt immer alle die gleiche Einstellung teilen, auch wenn diejenigen, mit denen man sich mehr umgibt, auch trifft oder persönlich kennt, einem wahrscheinlich politisch und sozial näher stehen. Das ist so das eine Thema. Wir hatten ja jetzt erst vor ein paar Jahren den Fall, dass ein relativ bekannter deutscher Zeichner, also zumindest innerhalb der Szene bekannter deutscher Zeichner, diesen Propaganda-Comic von Höcke gezeichnet hat. Der ist übrigens auch für diesen Verlag aus Dresden aktiv. Es geht genau um diesen Comic. Ein Zeichen, von dem es vorher, also jetzt Menschen, die nicht in den letzten paar Jahren direkt mit ihm zu tun hatten, die alle aus den Wolken gefallen sind in dem Moment, also ich, wobei ich jetzt den auch persönlich überhaupt nicht kannte, aber auch andere Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die auch gesagt haben, ich hatte von dem auch immer, wenn ich mit dem zu tun hatte, eher so einen linken Eindruck und das ist jetzt eher überraschend. Und andere, die eben schon an Projekten in den letzten paar Jahren mit ihm gearbeitet haben, die dann gesagt haben, naja, das kam da auch schon durch. Aber gut, wie gesagt, das ist so das eine. Das andere ist ja dann wirklich so die Situation, wenn die Menschen bei Comics und mehr sagen, wir wussten das einfach nicht und haben das unreflektiert übernommen. Und dann die Verwunderung darüber, wieso haben die das nicht mitbekommen? Wir wussten das doch alle. Und dann ist immer die Frage, wer ist dieses Wir denn? Und das ist genau dieses Bubble-Thema, das auch der Breedstorm schon angesprochen hat. Man hat immer so das Gefühl, das Thema ist doch gerade überall, da sprechen doch gerade alle drüber, weil das in meiner Bubble so ist. Aber dass das halt dann, die Bubble halt auch irgendwo endet und nicht jeder in dieser Bubble auch drin ist, das übersieht man dann gerne mal. In so einem Fall wie jetzt bei Comics und mehr, die ich jetzt auch nicht zwingend in die gleiche Kategorie stecken würde wie die Comicszene, was die Art von Zeitschrift angeht. Allein schon dadurch, dass es eben ein Gratismagazin ist, werbefinanziert, komplett werbefinanziert. Die Comicszene verdient natürlich auch Geld über Werbung, aber ist nun mal auch ein Magazin, das man kaufen muss. Hat daher, glaube ich, auch einen anderen redaktionellen und journalistischen Anspruch, als es bei Comics und mehr vielleicht der Fall ist. Comics und mehr ist für mich tatsächlich mehr so ein Blatt. Da kann ich reingucken und sehe, was kommt an Neuveröffentlichungen raus. Und dann sind da halt auch noch so Pressetexte so ein bisschen mit abgedruckt über Neuveröffentlichungen oder sicherlich auch noch ein bisschen redaktioneller Inhalt. Aber ich habe keine Ahnung, wer für die arbeitet. Das lese ich jetzt halt nicht, weil ich weiß, dass jemand einen tollen Artikel über einen Comic-Künstler oder so geschrieben hat. Da kann ich mir jetzt also schon durchaus vorstellen, dass wer auch immer dieses Magazin macht, das wahrscheinlich auch nicht in Vollzeit macht. Die werden wahrscheinlich andere Berufe und andere Aufträge noch haben. Die werden nicht die ganze Zeit nur da sein und Comic-journalistisch unterwegs sein. Und sind dann eben vielleicht auch wirklich nicht auf Social Media oder nicht so viel auf Social Media oder auf Social Media nicht direkt so in der Comic-Szene unterwegs, weil sie eben andere Interessen noch haben. Oder sagen, irgendwo will ich meine Ruhe auch mal haben. Welche Gründe es auch immer geben mag. Oder man hat mal einen Monat lang ein Twitter-Sabbatical genommen. Ich bin jetzt aktuell auch die letzte Woche oder so fast nicht, also ich habe jetzt Twitter und Instagram sind so die zwei, die ich habe, quasi nicht drauf gewesen. Ab und zu mache ich das halt mal, dass ich sage, ich muss jetzt mal eine Woche irgendwie auch Ruhe haben von Social Media. Also von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wie jetzt im Falle von Comics und mehr das tatsächlich auch so ist, dass da jemand ist, der aus einer Kombination gerade genannter Gründe dieses Thema einfach nicht wahrgenommen hat. Und dann, klar, kann man immer noch sagen, wenn du so Anzeigen und Pressetexte abdruckst, könntest aber trotzdem mal erstmal einen zweiten Blick irgendwie noch wagen und schauen, wofür machst du denn da jetzt aber Werbung. Und dann kommt derjenige wahrscheinlich auch und sagt wieder, ja, da fehlt dann halt auch die Zeit. Ich bin froh, dass ich überhaupt Aufträge kriege. Print-Werbung sicherlich auch nicht gerade die beste Zeit dafür. Und dann obendrein natürlich ein Magazin, das in Comic-Geschäften ausliegt, die die meiste Zeit des letzten Jahres geschlossen hatten. Ein Magazin, das man an die Menschen vielleicht auch gar nicht so richtig rankriegt. Da ist man wahrscheinlich auch froh um jeden Werbeauftrag und geht dann nicht erst noch mit journalistischem Anspruch dahin und hinterfragt den Werbeauftrag. Von daher ist das auch was und nach meiner Wahrnehmung hat jetzt auch niemand da den großen Aufstand gegen Comics und mehr geprobt, weil, wie du es auch beschrieben hast, Andi, da die ganze Situation etwas anders lag als bei der Comic-Szene. Und das nehme ich der ganzen Situation da auch eigentlich vollkommen ab. Also ich kann mich da gut reinversetzen und mir vorstellen, das ist glaubhaft und das muss nicht jeder mitbekommen haben. Und dann wiederum auch der Rückschluss, so ist die Comic-Szene so einheitlich, wie man sie sich vorstellt. Und dann frage ich mich, warum sollte sie das denn sein? Comics, klar, ist ein kleines Medium und gefühlt kennt man jeden Einzelnen, der da irgendwie mit zu tun hat. Allein schon deswegen, weil alle zwei Jahre die komplette Szene sich in Erlangen trifft. Auch wiederum gefühlt, aber ein Großteil davon. Wenn man da mal ein paar Jahre war, hat man irgendwie jeden schon mal gesehen. Aber man sieht doch dann auch, dass es da auch grundverschiedene Interessen gibt. So wie in jedem anderen Medium auch. Es gibt ja auch nicht die Filmszene und jeder hat jeden Film gesehen und kennt jeden Filmschaffenden. Die Literaturszene, die sich alle untereinander kennen und aus jeder Branche und jedem Genre irgendwie alles immer genau wissen. Und im Comic ist es ja nicht anders. Es gibt dann die Menschen, die sich viel mit deutschem Comic beschäftigen, die sich mehr mit Manga beschäftigen, die sich mehr mit franco-belgischem Album beschäftigen. Dann die ganz alte Hans-Rudi-Wäscher-Generation. Und ich bin 44 Jahre alt. Ich gehe auf den Comicsalon seit der zweiten oder dritten Ausgabe des Comicsalons. War ich auf jedem, weil ich eben aus Erlangen komme. Ich habe ein breites Interesse an vielen Genres. Deswegen habe ich das Gefühl, ich habe in alles so ein bisschen einen Einblick. Trotzdem kenne ich natürlich auch nicht jeden und nicht alles. Und in Gesprächen stelle ich dann auch immer wieder fest. Und Andi, vielleicht erinnerst du dich, als wir letztes Jahr beim Plemplem Shop waren in Bamberg, hatten wir das Thema sogar mal ganz kurz mit dem Chris Gläuber, wo ich auch gesagt habe, beziehungsweise wo ich gesagt habe, ich habe halt generell auch so ein historisches Interesse am Medium. Da gucke ich mir halt auch mal ein Panel über Hans-Rudi-Wäscher-Comics an. Chris Gläuber hatte daran kein Interesse. Und das ist ihm auch nicht vorzuwerfen. Und das geht ganz vielen Leuten so. Die sagen, mit dem alten Schaß wir nichts zu tun haben oder was auch immer. Also das altbackene Zeug und dann, oder die, wie heißen sie immer, die Rollkoffer-Fraktion, über die sich alle aufregen, die sind auch Comics-Szene. Von daher so dieses, ja, wir sind so diese Familie, ja, die zehn Leute kannst du alle aufzählen. Das ist so eine Kerngruppe von zehn, zwanzig, wie viele Leute auch immer, die aus einer bestimmten Altersgeneration auch kommen. Da ist so die Comic-Solidarity mit drin. Da sind eben so die deutschen Indie-Verlage irgendwie mit drin. Ebenso die Menschen, die sich auf Social Media auch positionieren, die journalistisch in Blogs, in Zeitschriften und auf Social Media sich präsentieren und um die herum sich dann eben auch so eine Bubble bildet. Aber da sind eben auch noch die anderen alle, die nicht sich in dieser Bubble bewegen, die ihr nicht wahrnehmt und die euch nicht wahrnehmen. Und deswegen ist es tatsächlich so dieses, aber das ist doch seit vier Wochen überall und das hat doch jeder gelesen, eben nur eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung. Solche Gespräche hatte ich vor vielen Jahren auch schon mit Freunden, die gesagt haben, hier, das und das Thema. Und ich so, ja, keine Ahnung. Was? Das ist doch gerade überall. Ja, wenn es überall wäre, hätte ich es ja mitbekommen. Ich bewege mich ja auch im Internet, aber scheint halt in anderen Ecken als du jetzt gerade. Also von daher überrascht mich das jetzt gar nicht so sehr. Und wenn man wahrscheinlich mal richtig gucken würde, würde man feststellen, dass die Kernaufregung wahrscheinlich auch nur innerhalb dieser Bubble ist, weil man die ja wahrnimmt. Und wenn man dann wieder drei Schritt rausgeht, dann findet man Leute, die sagen, was, Comicszene, keine Ahnung, Aufregung, was, wie, keine Ahnung, Verlag aus Dresden, habe ich alles nicht mitbekommen. Ich lese auch Comics, lese ganz viele Comics sogar, aber das Thema kenne ich jetzt halt nicht, weil ich folge halt nicht dem Emo auf Twitter und so ein paar Leuten. Also da muss man sich, glaube ich, wirklich immer mal auch wieder erinnern und sich da vergewissern, was nimmt man wirklich wahr und sich auch klar machen, dass man eben nicht alles wahrnimmt und dass die Comicszene eben nicht nur das ist, was man sich selber in seinem Twitter-Account zusammengebaut hat. Okay, Patrick, hast du auch Gedanken dazu? Ich bin da ganz auf Andis Seite, also der andere Andi. Ich weiß nicht, ob ich das wahrgenommen hätte, wäre ich nicht beim Frankfurter Comic-Stammtisch, wäre ich nicht bei euch in der Gruppe und hätte das quasi aufs Auge gedrückt bekommen, ob ich dann so weit gesurft hätte, ob ich das dann auch so mitbekommen habe. Aber auch ich wusste von diesem Verlag, und der Titel ist halt mehr als offensichtlich, aber ich kann es auch verstehen, wenn einem das jetzt ein bisschen durch die Lappen gegangen ist, weil ich befasse mich jetzt auch nicht komplett mit all den Hintergründen von den Verlagen, sondern mit dem, was ich da gerade lese, was ich da gerade bespreche. Und wenn dann dieser Verlag dann diese Anzeichen gegeben hätte, dann wäre mir das wahrscheinlich aufgefallen. Aber wir haben bisher nicht über diesen Verlag gesprochen, werden wir auch nicht tun. Und daher war der, obwohl er mir bekannt ist, trotzdem so ein bisschen unter meinem Radar, kann ich dazu sagen. Und ich habe dann auch mitbekommen, dass dieser Verlag, also Comics-Szene, jetzt nicht mehr Sponsor ist von dem Comic-Talk, was er jetzt ja jahrelang war. Also das hat ziemlich gekreis mit sich gezogen. Ja, genau, stimmt. Die Comics-Szene ist sponsored bei, genau so rum lief das, genau. Genau. Die haben sich distanziert, der Splitter-Verlag hat sich distanziert, CrossCult, diverse Blogger, diverse Journalisten. Und was dann letztlich auch, weil wir gerade ja auch ein bisschen diese Diversifizierung hatten, der Szene mit Z, das muss ich dauernd sagen, ist echt von der Wortwahl her schwierig. Ich hatte dann auch ja bei relativ guten Kontakt auch zu Journalisten, die für diese Zeitschrift schreiben, zum Teil zumindest. Eine Person meinte, sie würde sich ungern dazu äußern. Sie fühlt sich dazu inhaltlich nicht in der Lage, hat sich aber auf andere Art und Weise von der Zeitschrift distanziert und eine wiederum andere Person meinte, ja, sie würde halt den Chefredakteur gut kennen und der wäre einfach überhaupt nicht drin im Thema. Erstmal, wer redet diese Person davon ab, den Chefredakteur zu einem Interview einzuladen? Man würde ihn nicht verstehen. Er ist, glaube ich, Schweizer oder so. Es wäre ganz schwer, den überhaupt sinnvoll vor ein Mikro zu ziehen. Und zum anderen auch einfach, dadurch, dass halt diese persönliche Bindung besteht, also der René wäre fehlinterpretiert. Und ja, diese Person, die ich jetzt meine, die ich nicht nennen möchte unbedingt, war er Fürsprecher für die Comicszene mit X. Also sei es drum, es gibt so oder so auf beiden Seiten, wenn man so Seiten überhaupt sehen will, Menschen, die das irgendwie einordnen. Und ich hätte das schon gern irgendwie, also ich verstehe ja mal einen Ausrutscher, aber ich verstehe nicht 5, 6, 7 Ausrutscher. Das ist dann irgendwie schon eine Form von Tendenz, die ich irgendwie nicht gern sehe. Bridgestone, du wolltest da etwas beitragen? Ja, das ist genau, was man aber sagen muss, wenn ich Redakteur bin, dann muss ich mich tatsächlich mal mit beschäftigen. Ja, also das ist ganz klar. Ein Redakteur hat die Aufgabe zu gucken, was er da veröffentlicht oder was er halt nicht veröffentlicht. Er ist Verantwortlicher im Sinne des Presserechts und da muss er halt genau gucken, was er macht. Ich verstehe, wenn man sagt, okay, ich habe schlampig recherchiert. Für mich war das vielleicht eine einfache Aufgabe, indem ich einfach einen kopierten Text, der mir zugeschickt wurde, einfach zu geben und den einfach zu drucken, weil es sehr einfach ist und billig, damit mir eine Zeitung zu füllen. Aber dafür habe ich einen Redakteur. Der Setzer macht das nicht, das macht nicht das Korrektariat, das ist sein Job. Und da kann er eigentlich schon mal genauer hingucken. Ja, die Frage ist halt, wer ist dafür verantwortlich? Also natürlich für das Gesamtprodukt ist eigentlich ausschließlich der Chefredakteur verantwortlich, als jemand, der eine Filmredaktion mit 50 Leuten leitet. Unter allen Produktionen, die wir raushauen, steht mein Name. Und wenn da Rechtsanwälte irgendwo klingeln wollen und uns irgendwas verklagen wollen, dann bin ich derjenige, der seinen Kopf dafür hinhalten muss. Also die Chefredaktion ist und bleibt der erste Ansprechpartner für letztlich positives und negatives Feedback. Und dann ist natürlich auch so, jetzt die kleine Bloggerin oder den kleinen Blogger dafür verantwortlich zu machen, dass der andere Journalist in derselben Zeitung aber plötzlich pro-Nazi geschrieben hat, ist vielleicht, das halte ich dann auch für schwierig. Also man kann, wenn überhaupt, die Leute nur für das zur Rechenschaft ziehen, was sie selbst in dieses Magazin gebracht haben. und das auch nur zur Hälfte, weil die andere Hälfte trägt die Chefredaktion. Da muss man jetzt natürlich sagen, es ist ja nichts Ungesetzliches passiert. Es ist jetzt nicht so, wie du gerade gesagt hast, die Staatsanwaltschaft würde bei mir klingeln. Darum geht es ja nicht. Also hier geht es ja dann eher um eine Einstellung, um eine Ideologie, die man vertritt oder nicht vertritt. Und die Frage, wie geht man mit solchen Ideologien um innerhalb so eines Mediums wie der Comicszene. Aber es ist nicht ungesetzlich. Also da ist jetzt niemand, der sagen kann, hier, schick da mal die Polizei vorbei. Also von daher ist es da natürlich ein bisschen anders. Und ich glaube auch wirklich, dass, soweit ich das jetzt auch wieder wahrgenommen habe, in dem Teil der Diskussion, den ich wahrgenommen habe, geht es natürlich auch ganz viel eben darum, wie geht die Comicszene im Nachgang mit der Situation um. Wenn Menschen sagen, wir finden das nicht gut und ich habe zwar Artikel in dem Blatt, werde das aber in Zukunft nicht mehr haben, weil ich meine Texte nicht in einem Blatt haben möchte, die auch solche Texte veröffentlichen, wie es jetzt in diesem Fall eben auch passiert ist. Und mit ich meine ich jetzt nicht mich, ich, Andreas Preller, sondern eben Redakteure, die für die Comicszene eben geschrieben haben und es nicht mehr tun wollen. Und dann eben die Frage, wie gehe ich als Comicszene damit um? Und das scheint sehr unglücklich gelaufen zu sein. Was, wenn man so verschiedenen Menschen zuhört, aber auch eben daran liegen mag, dass der dort verantwortliche Mensch vielleicht einfach auch wirklich privat eine andere Einstellung hat. Vielleicht noch nicht mal zwingend eine rechte Einstellung hat, aber vielleicht einfach eine Einstellung hat, der sagt, und die gibt es ja nun mal auch, ich lasse mich nicht in links oder rechts in irgendwelche Lager spalten. Das ist für mich quasi irgendwie alles gleich. Das ist Inhalt für meine Zeitschrift. Bezahlt werde ich dafür vielleicht auch noch. Und ich will mich weder vor den einen noch vor den anderen Karren spannen lassen und lasse in meinem Heft halt irgendwie alle Meinungen zu, mal ganz doof gesagt. Und damit muss man nicht einverstanden sein. Dann kann man sagen, nein, eben, ich schreibe nicht mehr für das Blatt. Nein, ich kaufe das Blatt nicht mehr. Nein, ich finde dich doof. Und das ist vollkommen legitim. Und das ist halt die Diskussion, die jetzt da halt gerade so quasi geführt wird. Und wie jetzt die Zeitschrift Comic-Szene dann damit in Zukunft umgeht, wird sich rausstellen. Ich glaube auch, dass das wieder viele, auch viele Leser wahrscheinlich der Comic-Szene gar nicht zwingend mitbekommen. Kann ich mir vorstellen, weil ich eben auch nicht glaube, dass die alle auf Twitter in den entsprechenden Kreisen da mit drin sind. Also, ja, ich weiß auch nicht, ich kenne auch keine Lösung dazu. Also, ich weiß auch nicht, wie leicht es wäre, diese anderen Ecken der Szene mal zu finden und mal zu besprechen und mal gucken, was da so los ist, weil die vielleicht eben nicht in so einer Social-Media-Blase überhaupt stattfinden. Also, da müsste man wahrscheinlich die Personen dann irgendwie finden, mit denen mal sprechen. Vielleicht gibt es dann da auch gar nicht so entsprechende kleinen Szenen innerhalb der Szene. Ich weiß es nicht. Patrick, du wolltest, glaube ich, gerade was sagen. Ja, das war genau der Punkt, den ich da ansprechen wollte. Wir sind alle irgendwie auch in unserer eigenen Bubble, haben unsere Interessen gebietet. Manches fällt dann ab, manches nehmen wir dann gar nicht mehr wahr. Und dadurch kann man sich zumindest das bei Comics und mehr erklären. Bei Comics-Szenen gab es ja davor schon Anhaltspunkte und deswegen wird das mehr kritisiert, wie die damit umgegangen sind. Bei Comics und mehr war das glaubhafter, dass das eben da nicht durchgedrungen war. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich weiß, also in beiden Fällen, ich habe die Veröffentlichungen nicht gesehen. Ich habe weder die Comics und mehr noch die Comics-Szene gesehen und auch nicht genau welche Texte oder Anzeigen dort abgedruckt wurden. Soweit ich das verstanden habe, ich weiß nicht, ist das inhaltsgleich? Ist in der Comics und mehr es nur eine Anzeige und in der Comics-Szene auch mehr wie ein Artikel? Oder wie ist da der Unterschied? Und wie ist auch die Kennzeichnung? Also ist es als Anzeige gekennzeichnet? Oder ist es wie als redaktioneller Inhalt gekennzeichnet? Vielleicht auch mit einem Autor angegeben oder einer Autorin. Das würde für mich persönlich jetzt natürlich auch einen Unterschied machen. Also im Moment, in meinem Kopf stelle ich mir vor, in der Comics und mehr ist es eine Anzeige, die eindeutig als Werbeanzeige auch gekennzeichnet ist oder erkennbar ist. Und in der Comics-Szene ist es mehr redaktioneller Inhalt. So, Andi zeigt jetzt gerade hier für uns in die Kamera, das ist eindeutig eine Anzeige. Hier von der Comics und mehr als eine einseitige, ja einfach abgedruckt mit der Information, allgemeinen Informationen zu den dort erscheinenden Comics. Zwei Stück mit den Preisen und neben noch die URL zur Verlagswebsite. Das ist eine ganz eindeutige Werbung. Darüber lässt sich jetzt nicht weiter diskutieren. Das andere ist bei der Comics-Szene ein ganz kurzer Text. Die sind so aufgebaut immer in so drei oder vier Kolumnen, glaube ich. Nicht Kolumnen, so Spalten pro Seite. Da taucht dann irgendwo relativ klein auch mal ein Cover von eben einem dieser Comics auf und dann dazu im folgenden Text, im Fließtext, positive, eher noch verstehende Formulierungen, worum es in dem Comic und im Verlag allgemein geht. Also gar nicht mal eine großartige Besprechung oder so. Man könnte es schon als Werbung sehen, aber es ist schon eher, also man würde es, glaube ich, positiv als Infomercial bezeichnen. Als Text-Infomercial. Priezer? Und das sind Formulierungen, wie man sie so auch auf der Internetseite findet. Ja, wir müssen, halt gucken, um was handelt es sich. Also ich habe jetzt mehrere Artikel gelesen und es ist ganz klar, der Versuch, irgendwo einzudringen und die eigene politische Meinung als normal durchzubringen. Und wie bei anderen Sachen auch, also früher haben Rechte zum Beispiel, sind auf Schulhöfe gegangen und haben CDs verteilt, als noch CDs ein Medium waren mit diversen Rechtsrockliedern, was weiß ich, was da drauf war. Und hier ist es halt, der Versuch, das Ganze in der Comics-Szene zwischen den Menschen zu machen und einfach da einzudringen, indem ich mir eine Optik gebe, die, sage ich mal, wie ein altes amerikanisches Comic aussieht oder aber auch in Deutschland gibt es ja mehrere Verlage, die eine ähnliche optische Linie vielleicht, also wenn du das hinlegen würdest, dieses Heft auf dem Stapel, da liegt ein Käpt'n Berlin, da liegt ein Plem-Plem-Heftchen oder ein Weißblech-Heftchen, dann würde das in eine ähnliche optische Richtung von außen gehen. Und das ist halt der Versuch zu sagen, ach, das ist ja ein Heftchen, das kostet keine Ahnung, der normale Preis für solche Heftchen ist ja meistens 5 Euro, das nehme ich jetzt mal mit, weil irgendwie ist ganz nett und so ein Mitnahmekauf bei einer Messe, wie man das eigentlich hat, gut, jetzt sind keine Messen, kann es keiner mitnehmen und das ist halt der Versuch, da einzudringen. Schade fände ich, wenn sich die Szene wirklich durch sowas spalten würde, durch so einen Versuch, ja, weil viele Comic-Fachmagazine haben wir nicht in Deutschland, da gibt es die Comic-Szene, das Magazin, wir haben noch einen Alfons, es wird vielleicht noch eine Sprechblase geben, die sich dann eben wahrscheinlich wieder an die Wäscher-Freunde richten, weiß ich nicht, ob es diese noch gibt und der Rest, das sind, soweit ich weiß, Werbeheftchen, die irgendwo gratis ausliegen. Die Redition aus der Schweiz halt noch. Aber auch das wird in Deutschland, weiß ich nicht, wie groß die Absatzzahlen da sind. Und es wäre sehr schade, wenn sich das dadurch spaltet oder wenn irgendwas dadurch untergehen würde. Also das ist ja natürlich nicht das, was derjenige Verlag möchte, die möchten ja einfach andocken und möchten vielleicht auch jüngere Leser dazu bringen, ihre Meinung zu übernehmen. Was wir aber hier wieder haben, ist, dass die Szene sich da so ein bisschen jetzt selber zerlegt und wie gesagt, ich fände es halt schade, wenn das Erfolg hätte dadurch. Also Werbung haben sie dadurch bekommen. Ich weiß aber, das wird auch kein kommerziell erfolgreiches Projekt sein, was die da machen. Und das ist halt rein Geld, was irgendwelche Organisationen dafür ausgeben, um ihre Meinung an den Mann zu bringen. Also die müssen damit wahrscheinlich nicht schwarz Zahlen schreiben mit diesen Dingen. Das ist eine gute Frage. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das Zeug verkaufen kann. Vielleicht nicht zwingend im offenen Comicbuchhandel, aber auf entsprechenden Rechtsrockkonzerten oder Veranstaltungen. Da kriegt man sowas wahrscheinlich schon unter die Leute. Also ganz anderes Beispiel jetzt zum Beispiel, ich weiß von den Ach-so-ist-das-Comics von der Schradie, ehemals aus Nürnberg. Die hat ihre Comics, die bei Zweigwehr erschienen sind, einfach sehr, sehr stark bei Lesungen verkauft. Die hat immer viel so inszenierte Lesungen auch gemacht mit verschiedenen Freundinnen, mit verteilten Rollen und mit Geräuschmaschinen und sonst irgendwas. Und da gab es dann halt auch mal einen Buchstand von einer entsprechenden Buchhandlung oder auch selber mitgebracht oder so. Und von daher, da kann ich mir schon vorstellen, ich weiß nicht, wie viel Aufwand dieser Leipziger Verlag der jetzt betreibt und was die an Kosten haben. Gut, ich meine, welcher deutsche Comicverlag beschreibt überhaupt schwarze Zahlen? Gerade jetzt so auf dieser Ebene, auf dieser Indie-Ebene. Also die verdienen ja alle jetzt nicht wirklich ihr Geld damit. Die sind froh wahrscheinlich, wenn sie ihre Investitionen wieder rauskriegen, dann auch mit verkauften Heften. Aber ja klar, also dahingehend ja, also alleine tragen wird sich dieser Verlag nicht. Aber so in der Szene werden die wahrscheinlich schon ein paar Heftel unter die Leute kriegen. Inwiefern sich dadurch jetzt die deutsche Comics-Szene spaltet, also da glaube ich jetzt nicht dran. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu spalten. Wenn, dann ist es halt ein Magazin, das seine Zielgruppe falsch eingeschätzt hat. Dass die, also wenn es überhaupt so ist, wie gesagt, also vielleicht gibt es auch genug Leser der Comics-Szene, die auch dieses Thema überhaupt nicht mitkriegen. Die die Comics-Szene einfach weiterlesen und von dieser Diskussion auch gar nichts wissen. Aber ansonsten eine größere Spaltung kann ich mir da nicht vorstellen. Nein, also das sehe ich nicht. Ich wüsste nicht, wer sich da spalten sollte. Spaltung ist ja auch, ich glaube, wir sollten das Thema vielleicht auch langsam zu einem Ende bringen, denn so ganz final sprechen, werden wir es hier nicht können. Spaltung bedeutet ja immer auch, dass es eine Einheit gäbe, die man spalten könnte. Und dem ist ja nicht so. Sie ist relativ divers. Sie ist eben heterogen, nicht homogen. Und das ist halt schon irgendwie auch eine Feststellung letztlich, die ich hatte, die mich ein bisschen überrascht hat. Gerade weil in Erlangen sich auch alle immer so lieb haben. Aber auch da kriegst du, also selbst wenn dort alle da sind, kriegst du nicht alle mit. Auch da bewegst du dich in einem gewissen Zirkel. Und die anderen nimmst du vielleicht peripher wahr, aber so richtig kennst du die dann auch nicht. Na klar. Gut, wir hatten noch ein paar andere Sachen, die wir hier noch kurz mit erwähnen wollten. Jetzt entweder sagt es der Andi gleich oder ich kriege es auf hier auf meinem Telefon. Ja, das war ja unter anderem auch kurzer Hinweis noch auf unser Interview-Special, das wir beide vor kurzem geführt haben mit den beiden VerlegerInnen von Edition Moderne. Und das ist echt ganz gut geworden, oder? Also ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch. Wir hatten die beiden relativ neuen VerlegerInnen von Edition Moderne zum Gespräch, die die Leitung des Verlags, ich meine, vor zwei Jahren übernommen haben. Und ja, zwei grundsympathische Menschen, extrem eloquent und auch mit sehr viel Fachwissen und Expertise zu dem, was sie da tun, denen man anmerkt, wie groß ihre Leidenschaft für das Thema Comic und auch für das Thema Buch und Gestaltung ist. Das ist auch Teil des Gesprächs mit. Und ja, ich fand das super informativ. Also Edition Moderne ist jetzt ein Verlag, den ich natürlich auch kenne, von dem ich auch ein bisschen was gelesen habe, mit dem ich jetzt aber nicht, ja, so tief bekannt bin. Von daher, ich fand das einen sehr, sehr schönen Einblick, den wir da gewonnen haben. Definitiv. Das wollte ich eigentlich nur mal kurz angesprochen haben, dass, falls ihr die Gelegenheit auch nicht genutzt habt, die Behörenden, dann hört da unbedingt mal rein. Das macht echt, das war, das war schön. Und wir haben das Beste aus dem Sound rausgeholt, was geht. Und ein Dialekt, das passt irgendwie auch halbwegs, oder? Also, ganz ehrlich, die haben für mich absolut gut verständliches Hochdeutsch gesprochen. Ich habe selber mal sechs Wochen in der Schweiz gearbeitet und da hatte ich häufiger Gespräche, selbst wenn ich darauf hingewiesen habe, man möge bitte Hochdeutsch mit mir sprechen, dass das trotzdem nicht wirklich funktioniert hat. Also, da hatte ich jetzt hier in diesem Gespräch keinerlei Probleme mit Verständnis und, ja gut, der Ton, das war natürlich eine Aufnahme, ein bisschen eine andere Situation, als wir sie jetzt hier haben, aber an sich fand ich auch die Tonqualität trotzdem mehr als anhörbar. Da habe ich schon ganz andere Sachen gehört, wo es schwieriger war. Außerdem wollten wir noch kurz hinweisen auf die Kanäle Signal und Telegram. Das muss auch jemand anders machen, weil ich da nicht firm bin. Patrick schreit voll viel auf Telegram. Was machst du da die ganze Zeit? Naja, wir haben mittlerweile ein paar feste Stammhörer, die dann mit uns regelmäßig kommentieren und uns zu Comics und Filmen diverse Sachen fragen. Und, ja, da antworte ich eben auch und gebe dann ab und zu auch mal Comic-Empfehlungen raus, die es vielleicht dann nicht in die Comic-Cookies eben schaffen. Ja, du bist super aktiv da drauf. Das merkt man. Also, das finde ich schon krass. Ist mir gar nicht so aufgefallen, aber cool, dass es... Ob das es so ankommt. Ja, wir haben jetzt hier, wie gesagt, jeweils eine Gruppe aufgemacht. Die Shownotes geben euch auch Informationen darüber, wo ihr jeweils in die Gruppen reinkommt. Das heißt also, WhatsApp haben wir uns jetzt einfach mal gespart, weil da irgendwie alle gerade abhauen und so. Und vorausgesetzt, ihr wollt uns nicht sowieso schon auf Facebook, Twitter und Instagram folgen, dass wir weiterhin total voll bespielen und da auch ein bisschen Feedback bekommen. Darauf gehen wir gleich noch ein. Wäre es echt total toll, wenn ihr vielleicht noch in unsere Signal-Gruppe und oder in unsere Telegram-Gruppe kommt. Da ist relativ viel los, macht echt Spaß. Ich lerne da jeden Tag was Neues dazu. Und ja, also wir sind noch nicht so mega krass voll viele Leute. Ihr seid also in einem total auserwählten elitären Kreise. Gut. Ist jetzt noch was offen? Feedback ist noch offen und die spanische Geschichte mit der Spanierin. Die Spanierin. Also gut, Breedstorm, du warst doch gerade schon dabei. Erzähl mal deine heißen Storys aus dem Internet. Ja, also ich muss halt sagen, es gab zwei heiße Storys aus dem Internet. In letzter Zeit ist der Twitter-Account doch ordentlich befolgt worden. Unter anderem bin ich auch zurückgefolgt einer Spanierin. Und da dachte ich, dass es wahrscheinlich über die Paco Rocca schiene, wo ich da wahrscheinlich irgendjemanden abonniert habe oder sowas, der mich interessiert, mit reingekommen. Und dann hat die Dame aber angefangen zu schreiben und man könnte Bilder bei ihr sehen. Ich musste nur auf diesen Link klicken. Und es war schon sehr, sehr überraschend. Ja, also das ist manchmal doch, also Twitter, also die Anzahl von irgendwelchen Nude- und Porno-Accounts steigt doch auch mit dem Jahren doch ganz schön an halt. Aber ich gucke mal, was da jetzt kommt. Vielleicht heiraten wir auch und alles wird ganz gut. Und sie meint das alles ehrlich, was sie zu mir sagt. Die liebt mich eigentlich halt. Was interessant ist, weil sie immer nur den Avatar sieht, mit der, glaube ich, mit hier so einem Keks oder sowas drauf ist. Aber hey, wo die Liebe hinfällt. Das zweite Erlebnis, was es in diesem Zusammenhang gab mit lustigen Leuten von Twitter, war, dass ich weitergegeben hat, dass der Steffen mit der Etage 13 auch mal wieder was aufgenommen hat. Und zwar ist er da mit dem Bastian immer am Start und da hat er diesmal ein Rollenspiel gemacht. Und es geht grob drum, dass er in so einer Disney-esken Welt in so einer Art Disneyland Ermittlungen anstellt und sich mit, ja, bisschen veralberten Disney-Figuren da beschäftigt. Ist eigentlich sehr lustig und unterhaltsam. Das habe ich weitergegeben. Und es hat genau einer hat es geliked und zwar, weil ich das Wort wahrscheinlich Rollenspiel benutzt habe und das Hashtag Rollenspiel und zwar war das ein Hersteller für BDSM-Möbel. Was ich dann doch, was ich dann überraschend fand, weil da bin ich nicht so tief in dem Thema drin, dass ich wusste, dass es spezielle Möbel dafür geben kann. Ich dachte, das kann mir vielleicht mit Schnüren und Ketten alles irgendwie ein bisschen vereinbaren, aber anscheinend gibt es da auch Leute und ja, also Steffen, viel Spaß, wenn du das jetzt hörst. Also ihr habt vielleicht einen neuen Sponsor gewonnen mit dem Ding. Ja, also es war ja schon, ja, der Steffen ist, glaube ich, als Sexualforscher hat er seinen Charakter ausgebildet, was mich dann schon wieder ein bisschen irritiert hat, aber hier jedem seinen Fetisch, wirklich. So cool. Hast du nicht noch Feedback gekriegt auf einer Gebraucht-Plattform? Das stimmt, ich hatte im Nachgang zum letzten Podcast hatte ich einen Lovecraft-Manga und zwar der Hund mir dann auch gekauft und als Bewertung habe ich dann bekommen bla bla ausgezeichneter Ebayer wie üblich und dann schrieb er noch danke für die schönen Podcasts und ich so, ja man, jetzt, das ist Fame. Endlich Fame. Das ist immer gut, wenn man die E-Mail-Adresse mit Breedstorm verwendet. Ja, also das gab es tatsächlich noch nie Feedback über einen Ebay-Account. Wenn ich das richtig wahrgenommen habe, haben auch ein paar Menschen den Spiru-Comic gekauft im Nachgang, den Breedstorm vorgestellt hat. Das ist natürlich immer sehr schön zu sehen, wenn uns die Leute dann auch entsprechend vertaggen auf den Social-Media-Kanälen, wenn sie inspiriert sind, die Comics zu kaufen, die wir hier vorstellen und das freut uns auf jeden Fall, wenn wir merken, erstens, wir werden gehört und zweitens, manche Menschen fühlen sich eben auch tatsächlich gut genug informiert, dass sie sagen, die besprochenen Comics hole ich mir doch auch mal selber, das interessiert mich, was da besprochen wurde. Das ist sehr schön. Okay, cool, dann gehen wir doch mal über in besagte Besprechung von Comics. Jetzt haben wir schon fast eine Stunde hier um andere Themen im Comic-Bereich gesprochen. Lasst uns mal den längsten deinen ersten Comic vor. Sehr gern. Dann möchte ich beginnen mit einem Projekt, das ich seit mehreren Monaten bereits auf dem Schirm habe, nämlich der Science-Fiction-Comic-Anthologie Cosmic. Da gibt es inzwischen drei Bände. Den ersten Band habe ich als Hardcover sogar hier stehen und Band zwei und drei habe ich netterweise vom Exodus-Verlag und dem Inhaber des Exodus-Verlag als PDF bekommen, habe ich so angefragt und wollte das unbedingt vorstellen und das ist schon ganz schön geiler Scheiß. Also erst einmal muss ich überhaupt mal sagen, dass das hier übrigens eine quasi Spezialfolge ist, wenn wir uns mal angucken, wer sowohl in dem Comic vertreten ist, wer auch im nächsten Comic, den ich vorstellen werde, vertreten ist und wer uns heute auch die Anmoderation gemacht hat. An der Stelle also mal ganz liebe Grüße an Katie Artist. Die junge Frau kennen wir, Arcus Tree, so rum, viel eher, Katie Artist Tree, so rum wird es gesprochen. Sie hat uns, wie gesagt, den Einspieler gemacht und ist in beiden Comics vertreten, das ist der Vollständigkeit halber noch dazu, Cosmic. In Cosmic ist sie auch dabei, in Cosmic 2 und 3, das ist eine, wie gesagt, Science-Fiction-Anthologie, ihr bekommt sie als Hardcover und sie hat jeweils 100 Seiten, glaube ich, ungefähr und ist ein total tolles Ding. Ich weiß ja nicht genau, wie eure Erfahrungen mit Comic-Anthologien sind, aber es gibt im deutschen Raum schon eine Menge. Ich möchte da nun mal die War-Comics von Plam Plam Productions und natürlich auch Shazam mal erwähnen. Es gibt aber viele, viele weitere und insofern bin ich da immer ganz positiv angetan und auch hier ist es so gewesen, dass ich wirklich das einfach total geil fand und wenn ich es mal nicht so geil fand, dann war das nicht so schlimm und dann blätter ich einfach drei, vier Seiten weiter und dann ist es da halt total geil. Wir haben hier ganz viele Leute, ich werde jetzt nicht alle Teilnehmer bzw. Zeichnen in dieser Reihe besprechen, das sind ganz viele unterschiedliche Geschichten dabei. Ich werde jetzt exemplarisch ein oder zweimal rausgreifen und einfach mal erzählen, warum sie mir so gut gefallen haben, was daran so das Besondere gewesen ist. Also erst einmal, auch ohne auf die einzelnen Storys einzugehen, rein optisch sind die alle total geil. Unterschiedlichst querbeet durch den Gemüsebaten Garten, was ihr euch so vorstellen könnt an Illustrationsstilen und selbst wenn es teilweise mal irgendwie ein bisschen abstrakt wirkt oder vielleicht sogar und ich benutze das Wort ungern Altbacken. Spätestens nach der dritten, vierten Seite davon war ich total im Sog drin und fand das genau richtig, dass es mir genau so präsentiert wird und das ist einfach voll toll. Ich möchte zum Beispiel mal eine Geschichte heraussuchen, die ihr übrigens auch in der Comics und mehr finden könnt, denn da ist sie als Leseprobe mit drin. Die kommt direkt ins Haus von, sie trägt den Titel Relativ, genau, von Todd Dejago und Andy Gehnen. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob die dafür Geld gekriegt haben, denn so Anthologien laufen häufig auf einer anderen Basis, also zu Beteiligungen, wenn überhaupt und so. Und hier geht es darum, dass wir letztlich sehen, wie so eine ganz, so eine Art World Defense Science Fiction Militäreinheit, die in so geilen Stühlen sitzen, vor krassen Bildschirmen und anscheinend die Welt vor Angriffen von außerhalb verteidigen müssen und wir sind direkt im Geschehen, der Angriff findet statt, alle Beteiligten unterhalten sich auf beeindruckendem Level, wo offensichtlich gerade eine krasse Stresssituation ist darüber, wie sie jetzt hier gerade was abschießen, was sie schnell noch eben machen müssen und was für Feinde da jetzt kommen und ist alles voll schlimm und eigentlich ist gerade der Moment, wo jetzt der Super-GAU passiert und alles explodiert, aber nein, es explodiert nicht alles, denn, soviel sei jetzt schon mal verraten, das sind nur so drei, vier Seiten von eben mehr hunderten Seiten, das ist alles ganz harmlos, es sind nämlich nur so Aliens in Größe von, ja, kleinen Vögeln, die in kleinen Vögeln in großen Raumschiffen auf die Erde kommen und so eine Art Angriff machen und deswegen werden die auch abgewehrt mit Fliegenklatschen und irgendwelchen kleinen Vogelnetzen und so, also, das war total lustig, ich fand das etwas überraschend, guckt es euch an, es ist wie gesagt auch in der Comics und mehr drin, das war ganz cool, dann ist ein ganz toller Beitrag auch drin von Frauke Berger, Frauke Berger kennen wir, die hat unter anderem Grün beim Splitter Verlag veröffentlicht, diese Reihe trägt den Namen Zwielicht und da sind hier in Ausgabe 2 der erste Teil drinnen und in Ausgabe 3 der zweite Teil und es geht letztlich um eine postapokalyptische Welt, hier ist es so, dass der Meeresspiegel ist gestiegen, man konnte also nur immer weiter nach oben bauen, was so viel bedeutet wie, dass du halt alles um dich herum abbaust, um es auf dein Haus oben drauf zu packen und irgendwann ist halt quasi alles von unten weggebaut und die Türme sind sehr hoch, man weiß gar nicht mehr, was im untersten Geschoss des Turms drin ist und es gibt jetzt noch so eine Handvoll verbleibende Menschen, die quasi als Taucher unterwegs sind, um da irgendwie zu überleben. Viele Menschen sind schon von dem Planeten Erde geflüchtet und unsere Protagonistin ist eine der letzten Taucher, Taucherinnen und erlebt dann da so ihre Geschichte, das ist wunderschön gezeichnet, das macht echt richtig viel Spaß, sich das anzugucken, davon will man unbedingt mehr und ich glaube, wir kriegen auch in Band 4 dann noch eine Fortsetzung davon und davon mal abgesehen, dass es wirklich auch also einfach interessant war, spannend war, sie hat dann zum Beispiel so einen Roboter, den sie irgendwie wieder zusammenpflegt und der dann so eine Art einfach zweiter Protagonist wird und es ist an Teil 2, also zu Beginn quasi der erste Teil, ist schon irgendwie so ein bisschen zu Ende erzählt und man denkt dann so, na okay, man könnte sich schon echt ganz genau ausmalen, wie es denn jetzt in der Fortsetzung weitergeht, aber nein, da kommt plötzlich der dritte Teil der Anthologie und setzt die Geschichte fort, aber irgendwie so ganz anders, als ich es erwartet hatte und das finde ich wirklich, finde ich wirklich toll, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, so diese Überraschung bietet die komplette Serie, die komplette Anthologie, gerade bei Fortsetzungsgeschichten sind da wirklich, einfach wirklich tolle Überraschungen drin oder auch eine Geschichte, jetzt vielleicht noch so als drittes und letztes Beispiel dazu, was so inhaltlich geboten wird und das sind wirklich auch andere Geschichten, die sind ganz klassische Science Fiction, auch wie wir sie aus Büchern kennen, wie wir sie aus Kurzgeschichten kennen, wie ihr sie vielleicht auch eben von diesem Exodus Verlag her auch kennt, also wer sich schon mal irgendwie mit Science Fiction beschäftigt hat und generell Fantasy in diesem Bereich, der erlebt da jetzt schon auch Überraschungen, klar, aber der kriegt gewohnte Kost, aber was mir wirklich gut gefallen hat, ich kannte das jetzt in der Form noch nicht, das ist die Geschichte über eine Polizeidrohne und die Polizeidrohne ist halt eine KI, sie ist halt einfach smart, sie hat eine Ehefrau und morgens verlassen sie halt ihr gemeinsames Haus oder was auch immer sie haben und dann fliegen die so weg und machen ihren Auftrag und dann erzählt diese männliche KI-Drohne ein bisschen retrospektiv davon, wie der Alltag war, wie die von Menschen gejagt worden ist, zum Beispiel, die sich gegen diese schlaue KI-Drohne gewehrt haben oder wieder gesetzt haben oder von einem Diebstahl, der da passiert ist und so und das Ganze aber immer so untermalt, wie als würde halt einfach einen Ehemann seiner Ehefrau von seinem Berufsalltag erzählen und das ist echt irgendwie mega faszinierend, weil halt eben ja nicht mal ein Roboter, der so ein bisschen als Mensch daherkommt, was präsentiert, sondern eben so eine ja ganz klassische mit so Propellern an der Seite Drohne uns eine Geschichte erzählt und das finde ich ganz, das war einfach cool, ja und das dazu als Beispiel für wirklich viele, viele Dinge, die hier drin sind, wir haben World Exploration, also Neuentdeckung von Planeten, wir haben sehr Fantasy-lastige Dinge mit Robotern ist viel drin, hier wird gegen Gott gekämpft, das habe ich gelesen, das war auch irgendwie skurril und faszinierend zugleich, wir sind natürlich aber auch in einer dystopischen Welt mit Wassermangel und viele, viele weitere Dinge oder auch einfach nur Bilder, die wirken wie als, ob das, also das ist schon hart an der Grenze zu, okay das ist eigentlich kein Comic mehr, das sind eigentlich nur noch Bilder, aber auch das Wunderschön, das könnte direkt irgendwie aus Dune sein, ist garantiert auch von Möbius inspiriert, ohne Möbi jetzt jetzt im Detail zu kennen, aber da gibt es ganz sicher Parallelen und viele, viele weitere Dinge in unterschiedlichsten Artwork, Stilen, wirklich gefällt mir sehr gut und das ganze Ding kostet 20 Euro für 100 Seiten und die letzte Info noch, die ich droppen möchte dazu ist, dass das Ganze eben nicht nur diese Comics sind, die wir hier bekommen, wir haben am Ende einer jeden Ausgabe immer auch noch umfangreiches, redaktionell aufgearbeitetes Material, wo sich meistens, soweit ich das hier sehe, einer Künstlerin oder einem Künstler gewidmet worden ist. So ist es hier in Band 2 ein Luc Orient mit der Unterschrift der belgische Flash Gordon, der kriegt hier auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Seiten, jeweils 3 Spalten, richtig viele Informationen zu sich, also es ist wirklich auch einfach informativ, wenn man das will, ich muss gestehen, ich habe diese Seiten übersprungen und dann haben wir noch hier im Band 3 auch nochmal so umfangreiche Seiten zu Torgal, ja, Betrachtung eines Fantasy Classikers, also es geht hier nicht nur um Personen, es geht auch um Reihen und Figuren und ganz am Ende kommt dann nochmal nach diesem redaktionellen Teil nochmal ein kurzer Funny und auch beim Funny muss ich sagen, den habe ich nur so halbherzig gelesen, der hat mich eher so ein bisschen genervt, ich bin einfach nicht der Funny-Typ, ich kann mit sowas nicht viel anfangen, deswegen fiel mir das ein bisschen schwer. Das ist jetzt mal hier mein großer Monolog zu Cosmic 2 und 3, wirklich insgesamt eine ganz deutliche Empfehlung, man kann das auch im Abo abschließen, habe ich hier gerade gesehen, hat mir sehr gefallen, ich werde garantiert auch in Band 4 reinschauen. Torgal kam im Gespräch mit Edition Moderne auch zur Sprache, da haben wir schon wieder die nächste Verbindung. Ja, ich habe die Bände noch nicht gesehen, ich weiß, dass die existieren, ich weiß, dass Bela Sobotke, ich glaube in Band 2 eine Geschichte drin hat und ich glaube, so habe ich das überhaupt auch erst mitbekommen, als Bela irgendwie mal angekündigt hat, dass er eine Geschichte in einem der Bände drin haben wird. Also ich war vor zwei Jahren, ich glaube es war Band 2, bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Patrick, du magst auch Science Fiction, kennst du die Cosmic Bände? Leider nicht. Ich weiß, dass ich die Katie Artress vor zehn Jahren auf der Buchmesse mal gesehen habe, die hat mir was gezeichnet, sympathische Frau, auf jeden Fall und ja, Andi Weißes, ich war in letzter Zeit wirklich in vielen Science Fiction Projekten involviert, von daher schon allein, weil Science Fiction ist, werde ich da schon direkt dabei hellhörig, also da werde ich auch mal einen Blick riskieren. Also kann man machen, leicht hier. Gerne. Gut, für alle Science Fiction Fans die Cosmic Anthologie Reihe. Breedstorm, magst du weitermachen? Sehr gerne, noch ein Anspieltipp davor, Katie hatten wir auch im Interview beim Special zum letzten Mal erlangen, ist es schon etwas her, aber ihr werdet die Folge bestimmt auf kombicookies.de finden. Ich habe jetzt mitgebracht den Band Black Hammer, Justice League, also ein Crossover mit dem Titel Hammer of Justice League, wer hätte das gedacht? Und ich hatte im Vorgespräch oder vor einigen Wochen mit euch drüber geredet, holt ihr euch den, holt ihr euch den nicht, weil ich meine übliche Angst vor Crossovern wieder hatte. In der Vergangenheit wurde ich relativ oft von Crossovern gelangweilt und nicht überzeugt, weil es meistens sehr unambitioniert war, einfach ein bisschen was zusammengeschmissen, man kloppt sich erst aus Missverstehen und dann rauft man sich zusammen und kämpft gemeinsam gegen Feind, das ist ja so der typische Plot und meine Erinnerungen an Crossover sind in der Vergangenheit meist negativ gewesen. Ich weiß noch, dass ich zum Beispiel positiv fand, den Batman Spawn Crossover, ob ich das heute noch tun würde, also 15 Jahre wahrscheinlich später, als ich den gelesen habe, vielleicht auch 20 Jahre später, als ich den, weiß ich nicht so genau. Lass mich da mal kurz einspringen, weil es gab natürlich das Spawn Batman Crossover und das Batman Spawn Crossover, da haben wir, Image hat einen Band veröffentlicht und DC hat gleichzeitig einen Band veröffentlicht und der Spawn Batman von Image war von Todd McFarlane und Frank Miller zusammen gemacht, das war das erste Mal, dass Frank Miller wieder Batman gezeichnet hat und Todd McFarlane hat den auch nur deswegen bekommen, weil er gesagt hat, du darfst Batman zeichnen, musst aber nicht für DC arbeiten und DC hat gleichzeitig eben dann den Band Batman Spawn rausgebracht und ich habe die auch seit einer Million Jahren nicht gelesen, aber damals war glaube ich auch schon der Konsens, die DC-Veröffentlichung brauchst du nicht, die Image-Veröffentlichung ist halt cool, hauptsächlich, weil Frank Miller wieder an einem Batman-Projekt mit dran war. Ganz genau, da konnte man deutliche Unterschiede sehen bei diesen Bänden, was ich mich damals beeindruckt war, dass es eine Konsequenz gab, weil meistens löst sich das am Ende des Bandes wieder ein Wohlgefallen auf dieses Aufeinandertreffen, aber nachdem, ich meine, Spoiler ist es nicht mehr, es ist jetzt wirklich schon mindestens 15 Jahre her, nachdem Spawn einen Veteran ins Gesicht bekommen hat und sich das Gesicht dann und sich sein Gesicht mit einem Schuhriemen dann wieder geheilt hat, hat das tatsächlich in der Spawn-Serie auch einige Hefte gehalten, diese Verletzung. Also das haben sie eingebaut und das fand ich auch sehr schön und konsequent. Wobei sie da auch sich noch so eine Hintertür offen gelassen hatten, dass man diese Verletzung auch aus der Kernserie erklären konnte, weil Todd McFarlane ja immer gesagt hat, du brauchst keine anderen Hefte lesen, um die komplette Geschichte zu kriegen. Und da gab es dann so eine kleine Kontroverse auch, dass dieses Crossover-Sonderheft jetzt doch irgendwie in die Kernserie mit eingreift. Und da gab es dann auch noch so ein bisschen, vielleicht war es so ein bisschen Redcon-Erklärung, dass diese verschnürte Verletzung auch aus der Kernserie kommen konnte. Ja, wilde Zeit auf jeden Fall. Schöne Abschweifung. Wilde Zeit. Jedenfalls kommen wir zu Black Hammer Justice League Hammer of Justice. Der Autor soll angeblich sein Jeff Lemire und gezeichnet hat das Ganze Michael Walsh. Und an der Optik gibt es nichts zu meckern. Es geht zwar nicht in Richtung, wie Lemire das gezeichnet hat, aber es ist im Vergleich zu dem einen oder anderen Black Hammer Band in der Vergangenheit ist es eine durchaus solide Zeichen-Story. Wie immer bei jedem Crossover muss erklärt werden, warum die zwei Welten plötzlich aufeinandertreffen und am Anfang der Story, wie immer, wissen das die beiden Teams auch nicht. Also auf der einen Seite, also auf Seiten der Justice League haben wir Batman, wir haben Superman, wir haben Cyborg und wir haben Wonder Woman und die tauschen halt mit der traditionellen Black Hammer Besetzung mal die Welten. Das heißt, das Black Hammer Team quasi, ich weiß jetzt nicht, wie heißen die, auf jeden Fall die Leute aus dem Black Hammer Universum sind plötzlich in Metropolis und umgekehrt. Die Justice League ist auf der Farm und das führt natürlich zu der einen oder anderen Kontroverse. Bei der Farm wirkt sich das natürlich naturgegeben relativ wenig aus, weil da auch relativ wenig Leute in der Umgebung sind. In Metropolis und im DC Universum sind natürlich noch jede Menge andere Helden, die nicht die Welt gewechselt haben und natürlich haben wir dann das erste Missverständnis, dass die natürlich dann für die Schurken gehalten werden, weswegen Superman und Batman und die anderen aus dem Universum weg sind. Und die interagieren dann relativ deutlich und heftig mit den restlichen DC Helden, während die anderen auf der Farm eine ähnliche Story erleben, wie es das Black Hammer Team vorher in der Farm getan hat. Also ich möchte ein Fazit dazu geben, was kurz ist, weil ich bin tatsächlich ein bisschen unterwältigt. Vielleicht ist es ungerecht von mir, aber bei Jeff Lemire habe ich sehr, sehr hohe Erwartungen. Und auch die etwas schwächeren Black Hammer Bände, die Sonderbände sind ja glaube ich komplett auf Deutsch mittlerweile draußen, da war immer noch mehr als okay. Also es war immer noch mehr als Durchschnitt, auch die Bände, auch wenn es da Abstufungen gab. Ja, also Black Hammer 43, äh, 45 fand ich dann weniger gut als vielleicht den, äh, den, äh, Dings Frankensteinband. Ja, also das Da gehe ich aber komplett mit dir mit, den 45 fand ich bisher mit den schwächsten Ablieger, von Black Hammer Universum, aber wie du das anklingen lässt, gibt's da einen neuen Spitzenrater jetzt? Ja, das ist die Frage, ich bin ja jetzt aus dem Superhelden-Universen meistens relativ weit draußen, also ich verfolge das sehr, sehr wenig im Moment, meistens jedes Mal, wenn ich's mal wieder versuche, bin ich, es ist meistens nicht so, dass ich länger dranbleiben möchte, also ich lese aktuell nichts durch, keine durchgängige Serie und gar nichts und wenn man sehr die DC-Helden mag und einfach sehen will, wie die reagieren, dann mag das was sein, mich hat's eher gelangweilt, zumal auch einiges am Potenzial an Aufeinandertreffen verschenkt wurde. Ich möchte's dadurch erklären, es gibt ja manche Pendants im Black Hammer-Universum zu den Leuten im DC-Universum, es gibt manche, die sind mehr an Marvel-Figuren angelegt, es gibt manche bei Black Hammer, die sind mehr an DC-Figuren angelegt und diese treffen nicht alle auf ihr jeweiliges Pendant, was teilweise natürlich recht interessant geworden wäre. Es ist natürlich immer noch guter Humor, es sind ein paar gute Gags drin mit Golden Girl und ja, also das ist alles in Ordnung, aber trotzdem so eine richtige Seele hat mir gefehlt und die Erklärung, warum das Ganze nachher ist, die hätte mir gleichzeitig auch in einem 70er, 80er Jahre Ehapa-Comic auch so gegeben werden können. Also ich bin, wie gesagt, leider nicht komplett erfreut damit, mit diesem Band, weil ich von Lemire da ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Experimentierfreude erwartet hätte, ist natürlich die Frage, wie viel Raum DC dann für sowas gibt, dass du da wirklich auf die einwirken kannst, weil es muss ja immer sehr ikonisch mit den Charakteren umgegangen werden, das trifft DC, genau DC trifft den Ton des Black Hammer Universums da relativ wenig. Wie gesagt, das ist ja bei Dark Horse erschienen, ich wusste deshalb nicht, kriegen wir in welcher Form kommt das auf den deutschen Markt, deswegen habe ich mir da jetzt als einzige Ausgabe von Black Hammer das als US Hardcover geholt. Ich würde sagen, wenn man nicht großer, großer DC Fan ist und sehen will, wie sein Lieblingsheld Superman oder Batman oder Wonder Woman darauf reagiert, dann braucht man den nicht. Mir geht es ähnlich wie dir mit so Crossovern, ich bin da auch immer ein bisschen skeptisch und bin ja genau wie du es auch beschrieben hast, nicht der große Superhelden Leser und Black Hammer ist eigentlich so die einzige Superhelden Reihe, die ich jetzt in den letzten Jahren wirklich bisher, also nahezu komplett gelesen habe, halt in den Trade Paperbacks. diesen Band kenne ich auch noch nicht und hatte mich auch damals schon gefragt, ob es den zwingend im Regal braucht. Ich war da auch erst mal positiv gestimmt, dass es Jeff Lemire zumindest selber schreibt, aber ja, aber auch das wiederum finde ich dann wieder gut bei Black Hammer, man muss diese Nebenbände dann eben auch nicht gelesen haben, um der Kerngeschichte dann zu folgen. Andi, willst du irgendwas zu dem Komplex sagen? Meine Enttäuschung darüber, dass du enttäuscht bist, ist sehr enttäuschend. Also letztlich war das genau die Mischung, auf die ich irgendwie gewartet habe, glaube ich, denn Black Hammer war für mich so eine Art Offenbarung, ich spreche ja immer von einer Zeit meines Comic-Lebens vor Black Hammer und nach Black Hammer und so toll die Serie auch per sie ist, diesen ersten Bombast-Effekt hat sie leider komplett verloren und der Patrick wird mir noch ein paar von diesen Nebenbänden geben und leihen irgendwann mal, wenn die Welt wieder ein bisschen anders aussieht als heute, aber es ist schon sehr enttäuschend, dass ich ja eigentlich als jemand, der auch DC Marvel immer vorzieht und der das Düstere mag, der die Figuren liebe mag und so, der gerade bei so einem Crossover wirklich, also ich bin die Zielgruppe und wenn du mir jetzt sagst, das funktioniert nicht so, dann ist das schade und das unterstreicht das, ich bin einfach enttäuscht im Quadrat, danke. Wobei du natürlich deutlich näher an DC dran bist oder als ich jetzt zum Beispiel, also du hast ja mehr Verehrung für, wie du ja auch regelmäßig durch deine Kleidung zeigst, wenn du unterwegs bist, vielleicht wirkt das dann auch anders. Naja, aber um mal Andis Vorliebe für Black Hammer zu zeigen, es ist ja oft so, dass ich ihm den Comic leie oder einen Comic leie, er kommt nicht dazu, aber bei Black Hammer ist es halt wirklich oft so, dass dann direkt am Tag, wo ich ihm das leie, das dann von Feedback kommt und er mit mir darüber diskutieren will, weil, weil der Drang, das zu lesen zumindest so hoch ist, auch wenn wir beide da in der Hinsicht die ein oder andere Enttäuschung durchlebt haben, war das immerhin noch eine Enttäuschung auf einem hohen Niveau. Gut, also ich glaube an sich sind wir alle vier Black Hammer Fans, aber wie der Breedsum auch schon gesagt hat, nicht jeder Band spielt auf dem gleichen Level wie andere Bände, aber ich habe mich neulich zumindest schon mal sehr gefreut, als Jeff Lemire auch angekündigt hat, dass er sich jetzt in Zukunft wieder auf die Kernserie konzentrieren wird und diese ganzen Nebengeschichten und Spin-Offs in nächster Zeit erstmal sein lassen wird, weil ich da einige davon durchaus auch sehr genossen habe und zumindest einen dieser Nebenbände für einen der besten Comics halte, die ich in den letzten paar Jahren gelesen habe. Wie heißt die Figur? Dr. Starlight. Nein, nicht den Sherlock Frankenstein, sondern ja, den Dr. Star. Genau. Ah. Den Band, der hat mir persönlich wahnsinnig viel gegeben, also den fand ich großartig. Ich fand Sherlock Star und diesen Dr. Star, äh, Sherlock Frankenstein und Sherlock Star, das waren wirklich so zwei Spin-Offs, die haben der Hauptstory nochmal zusätzliche Facetten abgewonnen und hatten dadurch schon einen gewissen Mehrwert, deswegen verstehe ich dich da komplett. Ich persönlich fand eben bei der Dr. Star-Geschichte auch, dass der wirklich für sich alleine eben sehr gut funktioniert, dass der eine wunderbare Geschichte erzählt, auch wunderschön gezeichnet ist, wo man nicht zwingend die Kernserie überhaupt kennen muss und aber einfach wirklich eine tolle Geschichte präsentiert kriegt. Aber gut, lass uns vom Thema Black Hammer weitergehen. Patrick, was ist dein erster Comic heute? Also, ich habe hier jetzt eine Anthologie-Reihe mögliche Geschichten von Neil Gaiman gezeichnet von Mark Buckingham, also den Fables-Stammzeichner. Ist erschienen beim Dantes Verlag, gibt's für knapp 20 Euro und es ist eine Horror-Anthologie, wie man's von Neil Gaiman gewohnt ist. Leute treffen sich in der Kneipe und erzählen sich dann unterschiedlichste Horror- Stories, unter anderem von einem Typen, der sich eine Geschlechtskrankheit einfängt und dann irgendwie so nach und nach anscheinend die Kontrolle über seinen Penis zu verlieren glaubt. Oder eben ein junger Mann, der ein Foto von einer Frau sieht, über mehrere Jahre hinweg und sie ist immer diese gewisse Frau 19 Jahre alt und er hat so eine gewisse Faszination für sie und irgendwann trifft er dann auch auf diese Frau und auch das wird so sein Leben verändern oder wir haben eine alte Frau, die gerne rohes Fleisch isst und das wirklich in jeder Art, teilweise auch vom Tier und dann haben wir eine Story, die spielt dann nochmal in der Kneipe, wo sich Leute in der Story auf einmal Storys erzählen, auch unterschiedlich kurze Storys. Die Qualität der Geschichten ist schwankend, aber für Neil Gaiman immer wieder durchaus solide und hat so seinen gewissen, äh, gewissen britischen Style. Ich formuliere das bei Neil Gaiman immer so, selbst wenn eine Vagina einen Menschen verschlinkt hat, er verschlingt, hat das immer noch so diesen gewissen, gewissen, britischen Style und es ist nicht jetzt pervers oder sonst wie, sondern es ist halt, es passt zur Story, ohne dass es aufgesetzt provokant wirkt. War das eine Empfehlung? Sowohl als auch, sowohl als auch. Also ich finde, das war jetzt so ein netter Umriss von Neil Gaiman's Können. Ich würde fast schon sagen, ja, eine Fingerübung. Ich kenne bessere Storys von ihn, aber auch eine etwas, äh, naja, schlechtere Story und das sage ich mit Anführungszeichen, ist immer noch grundsolid bei Neil Gaiman. Ist das? Also ich mag diesen Autoren wirklich sehr, das ist mit einer der besten Autoren, den wir zur Zeit haben. Von daher lese ich auch gerne Reihen in die Sachen, die er schreibt. Was ich mich, ich habe mich nicht intensiv mit dieser Reihe beschäftigt. Ist das eine Reihe, die er, die auch selber geschrieben hat oder sind das Adaptionen von Kurzgeschichten von ihm? Es gibt es ja auch, äh, andere Comics, ich glaube, P. Craig Russell hat da relativ viel gemacht, ähm, dass eben ja Prosa-Kurzgeschichten von ihm als Comic adaptiert werden. Das hier sind tatsächlich von ihm geschriebene Comic Geschichten? Das, genau, das sind von ihm geschriebene Storys. Was ich jetzt vergessen habe zu sagen, diese Storys sind so ein bisschen, wie kann man es sagen, noch in so einer Realität, die glaubt, ist, also das ist quasi wie Twilight Zone, dass man merkt, da kratzt irgendwas an der Realität, das ist jetzt nicht allzu abgehoben. Monster und so halten sich hier in Grenzen und das ist fast schon, und deswegen der Titel mögliche Storys, fast schon mehr Alltagshorror. Andi, wie fit bist du mit Neil Gaiman? Ah, ja, ja, jetzt sind wir auf meinem großen Pile of Shame steht hier auch eine Reihe, die beginnt mit Sand und endet mit Man und ich, also wirklich, ich habe so vieles noch vor hier, was das angeht und kenne da gar nichts und ich weiß aber, dass wirklich beim Dantes Verlag jetzt viel geiler Scheiß erschienen ist, der hat doch von, hat der von Neil Gaiman auch noch Sachen gehabt, weiß ich gar nicht. Ja, der Dantes Verlag hatte bisher noch ein Band, eine Studie in Grün, das war Grün, genau, die haben sie auch alle positivst besprochen und ey, also wirklich kann da gar nichts zu beantragen. Den fand ich sogar ein Stück, deutliches Stück besser, einfach weil ich diesen viktorianischen Sherlock-Cthulhu-Mash-Up einfach super interessant fand. Wir machen jetzt mal ein Experiment, äh, ich geh jetzt mal kurz zum Breast, zum Überbreast, ganz kurze Antwort, wie fit bist du mit Neil Gaiman? Sandman komplett. Darüber hinaus nicht? Eins, zwei Bände würde ich sagen. Okay, dann bist du aus dem Experiment jetzt erstmal raus, weil ich jetzt gerade sagen wollte, wir alle schlagen dem Andi jetzt mal einen Neil Gaiman Comic vor, der nicht Sandman ist, wo er nicht irgendwie vor 75 Heften steht und sich denkt, wann soll ich die denn lesen, sondern wo er sagen kann, da, das ist nur ein Band, den, den kriege ich vielleicht auch mal unter. Für meinen Fall wäre das Mr. Punch. Mr. Punch ist einer meiner absoluten Lieblingscomics, immer, wenn, wenn, wenn es drum geht, Menschen irgendwie Neil Gaiman näher zu bringen, dann sage ich, wenn du richtig Zeit hast und richtig einsteigen willst, tief, dann, dann natürlich Sandman, äh, aber als Einzelband, Mr. Punch, das ist einer meiner absoluten Lieblingscomics, gestaltet von Dave McKean, ähm, finde ich komplett großartig. Patrick, was wäre so deine, äh, Empfehlung, wenn es um, um einen einzelbändigen Gaiman geht? Hast du was? Ich empfehle da Marvel 1602. Es ist ja im Superhelden-Universum verankert und trotzdem kommt auch da so dieses Fantastische von den Neil Gaiman-Stories rüber. Also du hast was Gewohntes und trotzdem hat da Neil Gaiman seinen Stempel aufgedrückt. Da kann man sich einen ersten mainstreamigeren Gesamtandruck von ihm verschaffen, vor allem wie er da mit dem Marvel-Universum experimentiert, fand ich, da sind schöne Ideen bei rausgekommen. Ich habe hier noch diesen Coraline stehen, den habe ich auch. Der ist auch gut, den kann man auch gut als Anstieg nehmen. Aber da wiederum kommen wir an den Punkt, wo, das ist eine Adaption, also das ist halt die Adaption seines Buches, äh, und ich glaube nicht, dass er die Comic-Adaption selbst geschrieben hat. Das ist wieder so ein Peacock-Russell-Projekt, da gibt's einige, ähm, also, damit will ich jetzt nicht sagen, lies den Comic nicht, aber ich glaube nicht, dass du da einen wirklich typischen Neil Gaiman-Comic bekommst. Breedsom? Aber Andi ist auch Fan der Serie American Gods, es inhaliert ja auch so ein bisschen Neil Gaiman. Die erste Staffel, danach habe ich aus diversen Gründen abgebrochen. Ja, und das kann ich sogar verstehen. Breedsom? Ich würde da ganz gern den Black Orchid empfehlen, das war, ja, als ich aufge-, also, als ich entdeckt habe, es gibt noch mehr als Superhelden und wurde der immer gern im Panini-Forum empfohlen, habe ich mir auch geholt und war damit auch, ja, eine Berührung von mir vor Sandman und falls er halt Harry Potter mag, dann ist ganz klar Books of Magic. Ja, der erste Band, der, die Original-Kurzgeschichte. Da hab ich was, die hab ich auch, da hab ich auch drei oder vier Bände hier stehen. Ich hab wirklich viel da stehen, Leute, ich hab nur keine Zeit. Books of Magic ist der allererste Band, die allererste Miniserie, die Gaming geschrieben hat, ähm, die eigentlich auch in sich mehr oder minder abgeschlossen ist, beziehungsweise die, die rund ist, äh, ja, ganz großartig von, von vierfischen Künstlern gezeichnet und, ja, Black Orchid natürlich auch von, von Dave McKean gestaltet. Gut, schließen wir das Thema Neil Gaiman ab. Sieht so aus, als wäre ich jetzt dran, kann es sein? Dann stelle ich meinen ersten Comic vor und komme auch zu einer Schauer-Geschichte und zwar Berenice, ähm, die Adaption einer Edgar Allan Poe Kurzgeschichte durch Lukas Jüliger. Es erschienen im Carlsen Verlag 2018 und ist Teil der Reihe Die Unheimlichen, herausgegeben von Isabel Kreitz. Das ging, ähm, soweit ich weiß, 2018 los, äh, auf dem Band hinten heißt es Die Unheimlichen. In dieser Reihe interpretieren Comiczeichner klassische und moderne Schauer-Geschichten neu, herausgegeben von Isabel Kreitz. Es gibt neun Bände, ähm, hat mir zumindest heute die Carlsen-Website gesagt, immer wieder von unterschiedlichen Zeichnern und Zeichnerinnen umgesetzt, ähm, Kurzgeschichten in Comicform. Da ist Barbara Jellin dabei, Isabel Kreitz selbst auch, Ralf König, Eike Ahn, Nikolaus Mahler, äh, also diverse Menschen, die man auch von, von anderen Projekten kennt. Lukas Jüliger hat zwei Comics bei Reprodukt veröffentlicht, äh, der eine heißt Vakuum, der andere heißt Unfollow. Ich hab nur Vakuum gelesen damals, als er rauskam, Unfollow kam jetzt letztes Jahr raus. Und, ja, diesen Band hab ich mir jetzt hergenommen. Das ist auch der einzige Band aus der Reihe, den ich kenne, den ich jetzt gelesen habe, ähm, beim letzten Comicsalon 2018 gab's auch ne Ausstellung zu dieser Reihe mit Originalseiten verschiedener Zeichner und Zeichnerinnen. Und das fand ich damals schon sehr interessant auch. Und, ja, meine Frau hat dann tatsächlich damals diesen, ähm, den Band Berenice eben mitgenommen. Zur Vorbereitung hab ich auch die Original Edgar Allan Poe-Geschichte gelesen, bevor ich den Comic gelesen hab, weil ich dachte, wenn ich jetzt den Comic hier vorstelle, dann will ich auch was dazu sagen können, wie die Adaption ist, zumindest in diesem Kurzformat. Also eine Romanadaption, wie ich sie später noch haben werde, da hab ich jetzt nicht den Roman vorher gelesen. Aber Kurzgeschichte dachte ich mir, die paar Seiten krieg ich hin. Äh, in der Originalgeschichte geht's, äh, äh, in der, aus der Ich-Erzähler-Perspektive um einen jungen Mann, der mehr oder minder, äh, in, in der Bibliothek, ähm, seines Elternhauses, ein großes Herrenhaus, Schloss, was auch immer, aufwächst. Also eigentlich so ein richtiger, so ein richtiger Nerd, der seine eigene kleine Welt in dieser Bibliothek hat und in Bücher eintaucht und da in, in, ja, sich Dinge vertieft, aber von der Außenwelt nicht besonders viel mitbekommt. Und ab und zu taucht dann da irgendwie auch noch seine Cousine auf, äh, und die, die findet er auch irgendwie gut und dann stirbt die Cousine aber dann und wird auch begraben und am Ende der Geschichte stellt sich raus, dass er sie wahrscheinlich umgebracht hat. Also er, er spricht eben auch über die, über die Zähne der, dieser Cousine und wie die ihn irgendwie irritieren und ganz am Ende, ähm, findet man bei ihm dann die, diese, die 32, äh, Zähne und es stellt sich raus, dass die Cousine auch noch bei lebendigem Leib vergraben entdeckt wurde. Also wahrscheinlich nicht der, der, unser Ich-Erzähler, ähm, hat also diese Cousine dann, ja, ihr die Zähne ausgerissen und, und hat sie begraben. Lukas Jüliger, ähm, versetzt das Ganze jetzt in ein modernes Setting und zwar, ähm, in die Welt der Otaku, also Manga- und Anime-Fan-Welt. Äh, es geht auch hier wieder um einen jungen Mann, auch wieder so aus der Ich-Erzähler-Perspektive, der komplett eben so in dieser, dieser Otaku-Welt aufgeht, der sich, ähm, mit, äh, schwärmt hier von den PVC-Figuren von Anime-Charakteren, die er im Regal stehen hat. Es, äh, gibt Abbildungen von, ähm, japanischen Snacks und Essen, äh, die er konsumiert. Es geht um Cosplay, es geht um Anime und eben natürlich auch hier um eine entsprechende Frau, die er, ähm, irgendwie begehrt, die er aus seiner Kindheit noch kennt, die dann irgendwie verschwunden ist und die er dann wiederentdeckt im Internet, die als Cam-Girl arbeitet und zwar eben auch so als Anime-Cam-Girl. So richtig mit, äh, mit Sexspielzeug und allem drum und dran und diversen Inszenierungen und er ihren Übertragen auch immer folgt und er weiß auch, dass die immer irgendwie noch bei ihm in der Nachbarschaft wohnt, äh, aber er vermeidet es, sie da irgendwie zu, zu treffen. Die, die Situation will er irgendwie nicht herbeiführen und auch hier die Geschichte endet ähnlich, ähm, mit der, der jungen Dame tot und Zähnen in seiner Hand. Das Ganze ist in, ja, schwarz-grün so gehalten, also schwarz-weiß plus noch, also ein, ein türkis-grünton, ähm, also sehr stimmungsvoll, ähm, was die Erzählung angeht. Es ist eigentlich mehr Prosa-Text plus Illustration. Es gibt also keine, keine Sprechblasen, es gibt auch keine Charaktere, die sich unterhalten. Es ist alles aus der Ich-Perspektive. Viele der Bilder sind auch so aus der, ja, aus dem POV, aus der Perspektive des Protagonisten, ähm, wiedergegeben, als würde man durch seine Augen schauen und zwischen den einzelnen Bildern gibt es eben, ja, mehr oder minder Prosa-Text, Fließ-Text, der die Geschichte erzählt. Ich hab gesagt, äh, Vakuum hab ich damals gelesen. Ich mochte den Zeichenstil von Lukas Hüleger sehr gerne. Der Band selber war damals nicht so richtig für mich. Der hat mir nicht viel gegeben. Ich erinnere mich auch nicht an viel daran, außer, dass, ja, es mich nicht so richtig gekriegt hat. Hier jetzt diese Po-Adaption. Ich finde den Ansatz ganz spannend, die, ja, diese sehr klassische Po-Geschichte eben in diese Otaku-Welt zu übertragen. Das ist recht interessant gemacht. Auch hier wieder die Zeichnungen finde ich gut. Illustrationen finde ich gut. Ich bin mir beim Ende nicht komplett sicher. Ähm, da scheint es mir ein bisschen einen anderen Einschlag zu haben, als in der Originalgeschichte. Entweder habe ich da was falsch verstanden oder er hat sich da eben für einen anderen Dreh entschieden, dem ich vielleicht jetzt nicht so ganz mitgefolgt bin. Was ich mehr ein bisschen, ja, enttäuschend fand. Aber das liegt dann auch wieder mehr an mir als an dem Buch selbst. Also das Buch ist gut. Ich hatte beim Lesen den Eindruck, dass es die meisten der Bilder nicht braucht. Also wenn ich einfach nur den Text lese, ohne die Bilder anzuschauen, es ist halt nun mal ein fortlaufender Fließtext, Prosa-Text, eine Ich-Erzählung eines Protagonisten, der durch Bilder unterbrochen ist. Und die Bilder bieten meiner Meinung nach nur bedingten Mehrwert zum Text. An manchen Stellen, ja, vor allem dann eben auch am Ende ist es so, dass mir im Bild etwas erzählt wird, was mir im Text nicht erzählt wird. Aber ich hatte den Eindruck, dass auf den allermeisten Seiten dem nicht der Fall ist, dass das Bild mehr oder minder beschreibt oder zeigt, was mir im Text auch schon beschrieben wird. Das ist okay, das kann man schon machen. Der Band hat 58 Seiten. Das ist jetzt also auch nicht ein 300-Seiten-Roman oder so. Da ist das schon okay. Aber an sich finde ich es einem dann doch spannender, wenn man an einem Medium arbeitet, das Text und Bild zusammenführt, dass mir dann im Bild eben nicht einfach nur das Gleiche präsentiert wird, was mir im Text auch erzählt wird, sondern dass mir das Bild eben auch noch zusätzliche Informationen liefert. Und das habe ich hier dann durchaus etwas vermisst bei bei dieser Art der Gestaltung. Ich habe heute auf der Reprodukt-Website in der Leseprobe zu seinem letzten Comic Unfollow gesehen, dass dort die Gestaltung genauso ist, auch eben Text und Bild mehr oder minder untereinander, zumindest eben auf den Seiten, die dort als Leseprobe dargeboten sind. Inhaltlich kann ich zudem da nichts sagen. Wie gesagt, bei Berenice hätte ich mir gewünscht, dass die Bilder nicht nur so bei Werk sind, um den Text noch mal wieder zu geben, sondern wie gesagt eine andere Erzählebene noch mit dazu aufmachen. Patrick, du als auch Mithorror-Fan, kennst du diese Reihe? Kennst du die Geschichte? Hast du die Ausstellung vielleicht gesehen? Ich weiß nicht, ob du 2018 in Erlangen warst. Nee, ich war da nicht. Ich kenne auch nicht die Story davon. Ich habe mich aber in Edgar Allan Poe auch reingelesen. Ich weiß, dass Edgar Allan Poe mit so der große Einfluss zum Beispiel von HP Lovecraft war, was man durchaus seinen Storys auch anmerkt. Das ist wirklich noch so dieser klassische Horror mit wehendem Wind, knarzenden Türen und so. Also es klingt halbwegs interessant, aber auch durch die Ernüchterung so, will ich mich jetzt da drauf einlassen? Weil gerade im Horror ist es gut, wenn Bild und Text ineinander übergehen und eine gewisse eigene Atmosphäre erzeugen. Das schaffen nicht alle Comics, aber die, die es schaffen, schaffen es dann umso besser. Breedstorm, du warst in Erlangen damals. Hast du die Ausstellung gesehen oder von dieser Reihe irgendwas gesehen, mitbekommen, gelesen? Leider noch nicht. Andi? Ha, ja, klar. Und zwar, also ich habe mitgekriegt, dass ganz oft dieses, äh, den Nachfolgern im Nachtleben, was irgendwie auch Teil der Reihe ist, das habe ich irgendwie an diversen Stellen besprochen gehört. Ich bild mir eine, die drei Frauen in Comics waren es, die es im Podcast besprochen haben. Und ich bild mir auch ein, dass ich zu Frankenstein irgendwo schon mal irgendwas gesehen habe. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass ich Unfollow gelesen habe, was du ja gerade angesprochen hattest. Und das war eine Reihe, die durchaus dieses, also ein Comic, der durch, die hatte dieses Problem nicht, ähm, mit dieser, dass das quasi Bild und Text letztlich, äh, irgendwie dann so nicht harmonierten. Denn da war es irgendwie so, dass man diesen teilweise ein bisschen abstrakt formulierten Text für, als ich irgendwie greifbarer fand durch die Bilder. Also es war, glaube ich, schon dasselbe, was auch im Text stand, aber sehr viel, weiß ich, nahbarer. Es geht bei Unfollow letztlich darum, dass ein Typ so eine Art Öko-Massias ist und sich vor allem übers Internet präsentiert, eine Kommune aufbaut und so ein bisschen, ja, auch Drogen nimmt und wie er halt so lebt und was er so Vorgaben macht. Es wird immer über ihn gesprochen, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Und wie das so im Detail funktioniert, wie das aussieht und wirkt, da haben die Bilder schon echt gut geholfen, diese Geschichte besser nachvollziehen zu können. Ja, ne, das ist ein Vergleich zu Unfollow. Ja, wie gesagt, also zeichnerisch hat es mir auch wieder gefallen, hat mir damals auch Vakuum gefallen. Erzählerisch bin ich noch nicht ganz warm geworden mit diesen zwei Bänden zumindest. Aber dann, Andi, du bist wieder dran, dein zweiter Comic. Sehr gut, endlich mal düsteren Scheiß hier. Ich möchte mich anschließen mit auch etwas eher düsterem. Ich möchte einen Comic vorstellen, erschien beim Kult Comics Verlag und Kult Comics, die kennen wir schon von ganz vielen Dingen, denn der Freund dieses Podcasts, Sascha Dörp, hat da schon einiges gemacht. Auch Freund dieses Podcasts, Andi Papelitzki, hat da bereits drei Bände inzwischen, glaube ich, rausgebracht. Das ist nur zwei, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Verlag, der sich mit vielen deutschsprachigen Comics und deutschsprachigen Künstlern eingelassen hat, um uns ganz viele tolle Comics zu präsentieren. Auch hier habe ich sowohl die digitale Version bekommen, vom Autorin Michael Mikolaitschak direkt bekommen und ich kann sagen, dass man den Nachnamen nicht komplett korrekt ausspricht. Ist auch okay, ich habe da von Sascha Dörp das Go. Ich habe aber auch vom Verlag selbst, wo ich beide parallel angeschrieben habe, netterweise auch noch ein Rezensionsexemplar bekommen und es ist ein Hardcover. Es sieht gut aus, es hat A4 Größe und ist damit exakt dieselbe Größe wie zum Beispiel auch der Comic Blutrausch. Auch vom selben Autor, in dem Fall aber von Holger Klein und das sind schon coole Comics. Ich habe jetzt eher so die mit so einem düsteren Touch kennengelernt, wenn ich jetzt mal Andi Papelitzkis Dinge ausklammern möchte und auch das, was Sascha Dörp da abgeliefert hat. Ich glaube, bei Ratten ist da auch erschienen, war auch eher düster, also so um da mal vielleicht mal so eine Richtung vorzugeben. Ich glaube, da ist auch das Chameleon erschienen. Ach, siehst du die auch noch? Ich merke schon. Ist auf jeden Fall der Haus- und Hof Verlag. Mal gucken, ob wir da auch keinen Vatertag sehen werden. Ich bin gespannt. Und sei's drum, auf jeden Fall ist Sumi jetzt der Comic, den ich mir jetzt mal genau angeschaut habe. Und warum? Weil Sumi nicht einfach nur irgendein Comic ist von irgendwelchen Leuten. Nein, er ist von ganz vielen Leuten und die meisten davon, die kennt man auch. Denn Sumi ist letztlich zwar irgendwie eine Geschichte, aber dann doch irgendwie eine Anthologie. Der Autor erzählt uns die Geschichte von ganz vielen Figuren, die plötzlich irgendwie zusammen in einem Schwimmbad auftauchen. Also genau genommen auch gar nicht in einem klassischen Schwimmbad, sondern eigentlich mehr in dem Becken von dem Schwimmbad. Ist kein Wasser drin, da steht eine Handvoll Stühle drin und irgendwie tauchen da plötzlich Leute auf, auf diesen, auf diesen Stühlen. Sie wissen nicht genau, warum sie da jetzt zusammenkommen, was sie verbindet und wir erfahren im Laufe der Geschichte dann schon auch noch, was das für Hintergründe hat. Aber es erinnert so ein bisschen an Lost. Aus irgendeinem Grund sind Leute irgendwie von irgendwo zusammengekommen und erleben eine gemeinsame Geschichte. Denn einer unter ihnen ist ein Mörder und es wird halt sehr blutig. Das Besondere daran ist, dass ich habe es schon gemeint, das ist eine Anthologie. Wir kriegen quasi ganz viele Kurzgeschichten präsentiert von ganz vielen verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern. Wenn ich jemanden paar Namen überfliegen möchte und das ist keine Wertung, das sind einfach nur die Leute, deren Namen ich jetzt mal wirklich kenne. Das sind Andreas Butzbach zum Beispiel dabei, Hannes Klesse, mit dem ich übrigens aktuell auch ein Interview geführt habe, Caroline Reich, auch eine Bekannte von uns, Katie Artistry, deswegen hier das zweite Hinweis darauf, dass sie dann noch mit dabei gewesen ist und auch der zweite Comic, an dem sie teilgenommen hat, die zweite Anthologie. Dann haben wir noch dabei den Stefan Sombetsky, den Holger Klein, den ich eben schon angesprochen hatte und Sascha Derb und unzählige weitere Namen, die man irgendwie auch kennt, wenn man so ein bisschen in der deutschen Comicszene unterwegs ist. Alle steuern mit ihren teilweise sehr individuellen Stilen Beiträge zu diesem Comic bei, die den Figuren und der Gesamthandlung weitere Facetten verleihen. Mal ist es nur der Hintergrund, was ist eigentlich passiert vor dem Moment, wo sie plötzlich einfach so im Schwimmbad auftauchen? Und dann aber eben auch teilweise die eigentliche Haupthandlung. Wer trifft da auf wen? Wer quasi trifft auch gegen wen irgendwie an? Wer tötet wen? Warum? Warum nicht? Das ist teilweise sehr abstrakt, teilweise relativ deutlich, worum es geht. Teilweise hübscher, teilweise weniger hübsch. Aber insgesamt auf jeden Fall sehr beeindruckend nur, und das muss ich auch gleich ganz direkt sagen, das ist kein Comic für Einsteiger. Dadurch, dass es eine Geschichte ist, die von verschiedenen Leuten präsentiert wird, haben wir zum Beispiel auch das Problem, dass wir uns manchmal kurz orientieren müssen, okay, welche Figur wird mir hier eigentlich gerade gezeigt? Ist das die Figur aus von vor drei Geschichten vorher oder eben nicht? Ist es die selber? Es gibt einfach zwangsläufig Abweichung, wie wenn deiner Lieblings Superhelden-Serie plötzlich ein anderer Künstler am Start ist. Das irritiert, das ist auch hier der Fall. Und das ist halt auch nicht so ganz so gradlinig erzählt und viele Fragen, die sich beim Lesen auftun, werden nicht unmittelbar beantwortet, was sicher ungewohnt ist für viele Lesenden da draußen. Ein Comic, den ich grundsätzlich gern gelesen habe, den ich mit 22 Euro für 120 Seiten Hardcover, aber auch, also es ist nicht exorbitant geil produziert, ist schon, sag ich mal, ja, ist halt ein Hardcover, gut, das sind 20 Euro wahrscheinlich schon okay, aber es ist wirklich an der Grenze von dem, was ich noch für vertretbar halte. Ich habe die Hoffnung, dass alle Leute, die daran beteiligt waren, dann davon auch ordentlich was abbekommen. Ich weiß, dass die Produktion teilweise ewig gedauert haben muss, denn der Hannes Klesse, den ich vor ein paar Tagen, wie gesagt, im Gespräch hatte, der hat erzählt, dass er seine Seiten bereits vor einem Jahr oder zwei Jahren sogar abgegeben hat. Das Ganze ist jetzt also erst erschienen. Da wäre es echt interessant zu wissen, wie eigentlich der Produktionsprozess war. Ein Comic, der herausfordert auf verschiedenen Ebenen, der aber auch beeindruckt, sowohl vom Artwork her, als auch von den Ideen, die mir da präsentiert werden und denen ich auf jeden Fall, ja, einfach Fans, quasi Horror, Lost in Horror Fans empfehlen würde. Das vielleicht dazu von mir zu Sumi, der Protagonistin des Comics übrigens, die aber gar nicht so Protagonistin ist, wie man vielleicht denkt, wenn man das Cover von Sascha sieht. Ich finde diesen Ansatz spannend und schwierig gleichzeitig, so viele verschiedene KünstlerInnen an einem Comic zeichnen zu lassen. Ich habe selber den jetzt noch nicht von innen gesehen, deswegen kann ich nicht dazu sagen, wie flüssig oder störend ich das dann tatsächlich empfinden würde. Einige der genannten Künstler und Künstlerinnen finde ich auf jeden Fall spannend. Aber das ist auf jeden Fall ein Comic, den müsste ich erst mal in Händen haben und mal wirklich reingucken und mir das anschauen, bevor ich da zugreifen würde. Breedstorm, wie findest du das? Ja, von der Besetzung her könnte es auch ein War-Comic sein, die ja auch, es sind ja sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die auch da schon mitgemacht haben und von sofern bin ich positiv gestimmt, aber tatsächlich wäre das so ein Ding, wenn man mal so vor Ort auf einer Messe wäre, würde man reinblättern und würde sagen, yay or nay. Patrick, was sind deine Gedanken zu dem Band? Ich finde tatsächlich, dass das interessant klingt, weiß aber nicht, ob mir das beim reinblättern auch so gefallen würde, aber so ein Kaufgrund wäre wahrscheinlich auch aus Sympathie zu den Leuten dahinter, weil ja, viele davon kennen wir eben tatsächlich und die will man dann eben auch supporten, gerade in diesen Zeiten. Genau so ist das, das machen die doch mit Absicht, deswegen sind die alle vorstellig bei uns. Man kennt die irgendwann und dann muss man halt das Zeug kaufen, weil man die Leute halt mag, so ein Quatsch. Ja, furchtbar. Genau, deswegen freunden sich Comic-Schaffende nur mit Menschen überhaupt an, weil sie wissen, die kaufen dann auch. Richtig. Vor allem mit irgendwelchen Podcastern, das ist kalkuliert. Weiß nicht, so wie ich das ja auf Instagram sehe, habe ich das Gefühl, alle Blogger und Podcaster lassen sich nur Gratisexemplare zuschicken, wo ich mich immer frage, was verkaufen die überhaupt noch, wenn gefühlt alle Comic-Lesenden sich nur Rezensionsexemplare schicken lassen, aber keine Ahnung. Ja, dann sage ich Breedstorm, dein nächster Band, da wird es im Titel spannend. Tja, also ich habe ja auf Twitter darüber abstimmen lassen, ich hatte mir kein Rezensionsexemplar schicken lassen, sondern habe mal wieder selber ein paar Gebraucht-Comics, die mich interessiert haben, gekauft und da stand zur Auswahl einmal der Zusammenbruch, ein Kriegscomic vom Zweiten Weltkrieg über den Zusammenbruch Frankreichs, nachdem die Wehrmacht drüber hergefallen ist und zur Auswahl gab es aber auch von Chester Brown das Werk Fuck von Reprodukt und das Internet hat sich überraschenderweise statt für einen Zusammenbruch für Fuck entschieden, wobei ich gleich dazu sagen muss, das ist nicht der Originaltitel des Bandes, das ist die deutsche Übersetzung. Der Originaltitel heißt I Never Liked You und warum man sich dafür entschieden hat, diesen Band Fuck zu nennen, da müsste man aber nicht Reprodukt nennen, sondern Jochen Enterprises, weil dieser Band bereits 1994 bei Jochen Enterprises mit einem anderen Cover erschienen ist. Man hat sich hier aber bei dem 2008er Band von Reprodukt für das deutlich schönere Cover entschieden, weil das Jochen Enterprises hatte einen kleinen Jungen, der auf ein Garagentor im typisch amerikanischen Stil schaut und das Wort Fuck und das setzt für mich vollkommen andere Ideen frei, was in dem Band stattfinden könnte als dieses Cover, wo sich ein Pärchen, man sieht jetzt nicht genau, sind das zwei Damen, auf jeden Fall sind es zwei Wesen mit längeren Haaren, in einem Zimmer in den Armen liegen und tanzen. Im Hintergrund ist so ein leichter Plattenspieler zu sehen. Es handelt sich dabei tatsächlich um Lebensteile von Chester Brown, das macht er anscheinend öfters mal gerne und autobiografische Sachen mag ich ja sowieso, insofern hat mich das sehr gereizt. Chester Brown ist 1960 in Kanada geboren und da in so einer Kleinstadt groß geworden und dieser Band handelt von seiner Kindheit, aber dann auch mehr von der Jugend und da von seinem Umgang mit Leuten um ihn rum und auch mit den Damen um ihn rum. Chester Brown war glaube ich nie jemand, der besonders gut aussah, also wenn man das denen tatsächlich so zu dieser Zeit gesagt hat, da hätte man gesagt, das ist ein Nerd und zwar nicht in dieser, wie soll ich das sagen, beschönigten Darstellungsweise, wie wir es heutzutage erleben, dass es sehr, sehr viele Nerds gibt, sondern ja, der Andi Preh wird es noch ein bisschen erkennen, das war früher jetzt nicht unbedingt ein positiv angesehener Begriff, wenn man ein Nerd war halt. Es gab nicht viele und meistens war das gleichbedeutend mit, dass der lange Dürre oder der Dicke, der seltsame Hobbys hat, zumindest in der Schule. Wo man für Comics noch gehänselt wurde. Ganz genau, so ist es und so ging ihm das auch, also er war auch dann eher der lange Dürre und ich sag jetzt mal, in seinem späteren Leben hat sich das jetzt nicht sehr geändert. Es gibt sehr wilde Fotos von ihm aus dem Ende der 80er, 90er, wo er so langsam vorne die Haare verloren hat, aber seine Haarpracht nach hinten noch lang getragen hat. Das sieht immer sehr, sehr wild aus und auch heutzutage, er hat so ein bisschen zusammenstehende Augen, sieht er immer noch so ein bisschen aus wie der irre Professor, wenn man den jetzt googelt. Also da gibt es schon und diese Optik hat dazu geführt, dass er in der Schule natürlich auch sehr oft angegangen wurde, gemobbt wurde, würde man heute sagen und die Leute wollten ihn dazu bringen, dass er einfach mal flucht und das hat er einfach nicht getan. Da haben die einfach mal gesagt, hey Chester, sag doch mal Fuck, sag doch mal Fuck, sag doch mal Fotze, sag doch mal Fuck und das hat er einfach nicht gemacht und Jochen Enterprises oder wer immer das damals übersetzt hat, hat offensichtlich gedacht, das wäre ein guter Eyecatcher, um den Band zu verkaufen, statt ich mochte dich nie so richtig vorne drauf zu schreiben oder wie immer man das übersetzt hätte. Der interessante Teil ist aber für mich nicht der Mobbing-Part, sondern dass er so ein bisschen wie in Wunderbare Jahre eine Nachbarin hat, mit der er früher so ein bisschen spielt, die ihn so ein bisschen anhimmelt und später stellt er dann doch so ein bisschen fest, dass das Interesse ein bisschen größer wird, aber es entspinnt sich eine gewisse Dreiecksbeziehung, weil diese hat eine Freundin und die ist, sagen wir mal, körperlich ein bisschen weiterentwickelt als seine Nachbarin und das zieht natürlich das Interesse seines pubertierenden Ichs komplett auf ihn, dass die, ja, dass speziell die sekundären Geschlechtsmerkmale doch einladender sind als bei der etwas dürreren Nachbarin, die er hat. Da geht er auch sehr, sehr offen mit um mit dieser Thematik und man sieht durch seine Augen eigentlich sehr, sehr genau, was ihn fasziniert hat und ist doch interessant, das mal zu sehen, weil, also, die meisten von uns waren ja mal jung und eine sehr deutliche Studie. Jetzt würde man sagen, in Deutschland haben wir das auch gesehen, nämlich zehn Jahre später von so Leuten wie zum Beispiel Marvel hat ja deutlich Comics gemacht, wo er seine Vorlieben für bestimmte Damen doch sehr deutlich dargestellt hat. Ähnliches, Sascha Homer hat auch solche Sachen und diese ganze Riege von deutschen Künstlern, der Andi wird da auch wieder wissen, wen ich da alles meinen könnte und wie die Comics heißen, die sind in sehr ähnlichen Stil geschrieben und ich glaube, dass das ein Ding ist, was dem Andi Preller richtig gut gefallen hat. Der Sascha Homer hat dann passenderweise, wo er sowieso bei Reprodukt ist, hat er natürlich auch hinten sehr viel dazu geschrieben, was er alles gut findet. Der Marvel hat zwei Worte geschrieben und zwar mein Lieblingscomic und ich kann es mir komplett vorstellen, weil das halt genau in dieselbe Kerbe schlägt von Comics, die er selber gemacht hat, vielleicht mit ein bisschen weniger Woody Allen und ein bisschen mehr Härte dazwischen, aber insgesamt ist das, kann man ganz klar sagen, wenn man Marvel mag und zwar nicht diese seine Sachen mit dem Hasen, sondern seine Sachen, wo er so ein bisschen pseudo-autobiografisch oder teilweise autobiografisch was erzählt, dann ist das genau dieselbe Richtung. Und wie gesagt, mich hat teilweise ein bisschen die Ehrlichkeit schockiert, in der Chester Braun hier von Sachen berichtet, wo er nicht immer nur als der gute, nette dasteht, sondern halt auch einfach nur mal als der hormongesteuerte Mensch. Aber ich habe dann natürlich auch angefangen, weil es mir sehr gut gefallen hat, mir mehr von Chester Braun zu besorgen. Also die ersten Sachen kamen in Deutschland also bei Jochen Enterprises, sind aber teilweise dann wieder erschienen, wie das Fuck hier zum Beispiel. Eines der letzten Werke ist, ich bezahle für Sex Aufzeichnung eines Freiers. Und tatsächlich sieht das auch so ein bisschen aus, als Keynes aus den 90ern, das ist aber ein relativ neuer Band. Und da geht es tatsächlich autobiografisch um seine Erfahrungen als Freier. Was ich auch überraschend finde, ich bin sehr interessiert daran zu sehen, was da für Erfahrungen in welcher Art und Weise gemacht werden können. Und wenn man ihn jetzt sieht, wo er verhältnismäßig wenig Haare hat, kann man das ganz deutlich auch auf dem Cover sehen, dass er das halt selber sein soll. Und ja, also ich habe da schon so ein bisschen was gefunden, einen neuen Künstler gefunden, mit dem ich mich mehr auseinandersetzen will. Und der auch wieder mal, gebraucht aber gut, relativ günstig zu haben ist auf den gängigen Portalen. Also auch das, auf Deutsch ist auch erschienen, Louis Reel, also da geht es um eine historische Figur aus Kanada. Da bin ich jetzt nicht so bewandert, aber der hat wohl offensichtlich viel in der kanadischen Geschichte gemacht, die man natürlich als USA-zentristisch Heranwachsender durch die Filme nicht so einen Zugang hat. Aber auch das werde ich mir demnächst mal angucken und ja, ich werde auf jeden Fall berichten und schlag zu, Leute. Wenn ihr Marvel mochtet, wenn ihr Sascha Homer mochtet, dann ist es genau das Richtige. Ich finde es sehr spannend, dass du heute mit Chester Brown ins Eck kommst, weil ich tatsächlich neulich erst ein Gespräch mit einem Freund hatte zu diesem Komplex kanadischer Cartoonisten, eigentlich ausgehend von Seth, weil ich von Seth auch großer Fan bin und nicht alles von ihm gelesen habe, aber es ging um Clyde-Fans, der auch in dem Jahr erschienen ist, wo ich gereist bin, deswegen habe ich den auch noch nicht gelesen, aber gerade It's A Good Life If You Don't Weaken ist einer meiner absoluten Lieblingscomics und war sogar fast in der Auswahl, dass ich den heute hier mal vorstelle, dann hätten wir da sogar fast ein Double Feature gehabt, aber gerade Seth Chester Brown und Joe Matt sind alle drei miteinander befreundet, tauchen gegenseitig in ihren Comics auf, also gerade dadurch, dass die ja autobiografisch oder zumindest so angehaucht sind, treten sie eben auch selber als Figuren auf und auch in It's A Good Life If You Don't Weaken, Seth als Hauptfigur in einer aber doch eher fiktionalen Geschichte, trifft dort auch auf seine Freunde Joe Matt und Chester Brown. Ich habe aber tatsächlich von Joe Matt und Chester Brown bisher noch nichts gelesen. Ich kenne die, ich kenne die Bände, aber die habe ich bisher irgendwie bisher immer noch ausgelassen, aber nachdem das neulich in dem Gespräch mal aufkam und du den jetzt auch hier wieder empfiehlst, die sind bei mir auf jeden Fall auf der Liste, dass ich da mal hingreife. Ich erinnere mich, als Paying For It rauskam, das hat eine ziemliche Welle gemacht, wie du es auch schon beschrieben hast, diese schonungslose Ehrlichkeit, die Chester Brown da anscheinend eben auch tatsächlich an den Tag legt in der Beschreibung seiner Besuche bei Sexarbeiterinnen. Das hat für so ein bisschen auf jeden Fall für Aufmerksamkeit gesorgt, als der Band damals rauskam. Aber als er rauskam, war es irgendwie kein Thema, für das ich mich in dem Moment interessiert habe. Deswegen habe ich den damals auch nicht gelesen. Aber an sich kanadische Cartoonisten, sehr schade ja, dass der Comics-Salon dieses Jahr ausgefallen ist. Letztes Jahr, jetzt mittlerweile, also 2020, da wäre das ja wieder ein großer Schwerpunkt gewesen. Comics aus Kanada und irgendwie habe ich so ein bisschen die Ahnung, dass Seth da vielleicht auch eingeladen war. Den hätte ich gerne getroffen. Kanadische Cartoonisten, ein tolles, spannendes Thema. Da kann man auch mal mehr machen. Und jetzt bin ich erst recht noch angeregt, dass ich wirklich mal It's a good life if you don't weaken bei den Comic-Cookies auch so als Klassiker vorstelle. Andi, bist du bei kanadischen Cartoonisten bei Chester Brown schon mal vorbeigekommen? Auf jeden Fall. Nee, Quatsch, gar nicht. Also es ist nicht so, dass mir das nicht irgendwie bekannt vorkäme. Gefühlt hatten wir vor kurzem ja auch erst irgendwie so eine Lesereise von einer Dame aus Kanadien, aus Kanadien, aus Kanada. Aber da fällt es mir jetzt schwer, einen Namen zu nennen. Ich bilde mir ein, da war irgendwas, wo der Lars von Törne auch moderiert hat. Da war jemand auf einer, wirklich, das muss kurz vor Corona oder gerade in diesen Zwischenmonaten gewesen sein. Da hatten wir auf jeden Fall eine Menge kanadische Beiträge und einfach Lesungen in Deutschland. Eine Frau war das, glaube ich. Egal. Nein, ich habe keinen Kontakt dazu. Ich finde es per se aber spannend. Ich kann damit ja viel anfangen. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit hier was vorgestellt, wo irgendwelche außer alltäglichen Situationen von einem jungen Familienvater dargestellt durch einen Hund irgendwie da waren. Und ich will nur sagen, dass ich mir gut vorstellen kann, dass es auch in meine Lesegewohnheiten gut reinpasst. Patrick, wie schaut es bei dir aus? Irgendwelche Berührungspunkte? Bisher nicht. Ich mochte es von Marvel tatsächlich, aber Kinderland sehr, deswegen auch ich mag autobiografische Comics. Und da würde ich tatsächlich auch einen Blick riskieren, wenn nicht, dass dann auf einer der bekannten Plattformen dann mal ein bisschen billiger schießen könnte. Das ist halt genauso mein Feld auch irgendwie so dieser nordamerikanische Indie-Comic. Da habe ich mich lange Zeit auch irgendwie durchaus mit beschäftigt. Aber wie gesagt, Chester Brown einfach bisher noch nicht gelesen. Ich glaube, das war einfach zu einer Phase, wo mich so diese, seine Thematiken nicht so richtig angesprochen haben. Da war ich in meinem, in meiner Lesegewohnheit da gerade nicht so richtig mit dabei. Was ich zu Jochen Enterprises noch sagen wollte, finde ich auch immer sehr spannend. Ein Verlag, der ziemlich vergessen ist und mir aber auch nicht bewusst war, dass das Fakt damals bei Jochen zuerst erschienen ist. Bei Jochen Enterprises denke ich immer an eine frühe Reinhard-Kleist-Veröffentlichung, nämlich Fakt 2000. Das heißt ja, die haben Fakt und Fakt 2000 verlegt. Das war eine Heftreihe von Reinhard-Kleist, die dann später nochmal als Sammelband unter dem Namen Fakt erschienen ist. Die dann aber, glaube ich, nicht mehr bei Jochen. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Vielleicht sind die auch mal bei Reprodukt rausgekommen. Keine Ahnung. Wie auch immer. Irgendwer schreibt irgendwann mal die deutsche Comic-Historie und da muss dann auch mal ein Kapitel über Jochen Enterprises mit drin sein. So, Patrick, du hast noch ein Band für uns. Schieß los. Genau. Nicht mal einen Band, sondern es gab jetzt einen aktuellen Anlass. Louis Trondheim hat gesagt, dass seine Reihe Ralf-Azham, obwohl die anscheinend erstmal abgeschlossen war, jetzt doch noch weitergeführt wird. Das hat mich jetzt erstmal gefreut. Deswegen habe ich das als Anlass genommen, mal diese Reihe vorzustellen. Ursprünglich war das mal geplant in den franco-belgischen Casts, wo wir Andi so Sachen vorstellen. Jetzt habe ich das mal vorgegriffen. Und ja, Louis Trondheim ist eben einer, der ist wirklich gut beschäftigt. Der kann seinen Stil variieren. Der kann sowohl einen Crime-Style machen als auch einen autobiografischen oder eben auch diesen Anthropomorphen-Stil, für den er eben durch Donjon bekannt ist. Und bei Ralf-Azham, das ist eine bisher zwölfteilige Reihe. Der erste Story-Arc umschließt so sieben Bände, 12, 13 Euro bei Reprodukt und der zweite Story-Arc umschließt dann fünf Bände. Und da geht es um den auserwählten Ralf-Azham. Der wohnt in einem mittelalterlichen Dorf. Alle sind halt so ein bisschen anthropomorph. Und ursprünglich war er der Auserwählte, aber er ist ein Pazifist und hat so gar keinen Bock auf die Prophezeiung. Deswegen mag ihn das Dorf auch nicht so wirklich. Und die haben mittlerweile auch so den Glauben verloren, dass er der Auserwählte ist. Er ist nicht wirklich beliebt. Manchmal versteht man auch, wieso in einer der ersten beiden Bände ist es so, dass er zum Beispiel einen Monster wegjagt oder verscheucht, indem er ein Baby, ein Wildschwein bindet und das Monster dann dem Wildschwein hinterherjagt. Also er hat durchaus seine unsympathischen Charakterzüge. Aber irgendwann kommt es dann, wie es kommen muss. Er muss ein Kind begleiten und dadurch wird dann diese Prophezeiung doch irgendwie um die Wege ausgelöst. Bisschen hat man da, wie bei den X-Men, so alle blauen Viecher, also alle blauen Tiere, meistens mit blauen Schnabel, haben so superhellen Fähigkeiten. So ein bisschen wie so X-Men Low. Wir haben da zum Beispiel ein Baby, wenn das schreit, explodiert Holz. Aber wir haben auch andere Wesen, die haben dann deutlich stärker ausgeprägte Fähigkeiten. Bei Ralf Atzheim, er weiß noch nicht, was so seine große Fähigkeit ist. Bisher kann er hell sehen und deswegen sagt er dann den Leuten im Dorf, wer jetzt schwanger ist, wer jetzt bald ein Kind bekommt und so. Und durch seine ehrliche Art ist er jetzt eben auch nicht der beliebteste. Und das Ganze, ich will da nicht zu sehr spoilern, aber das Ganze ist noch verbunden mit so einer Art Familientragödie und eben auch ein paar persönlicheren Konflikten. Und das entblättert sich erst nach und nach. Ich will ja nicht spoilern, was seine wirkliche Fähigkeit ist, aber die kommt dann auch zu tragen. Und der Ralf Atzheim, den wir im ersten Band kennenlernen, das ist nicht der, den wir dann im letzten Story-Arc, beziehungsweise ab Band fünf oder sieben dann sehen, der durchläuft schon eine Entwicklung und man spielt in dieser Reihe ziemlich mit den Erwartungen. Also es ist Fantasy, die sich respektiert, aber auch gern durch den Kakao zieht, mit Erwartungen spielt, Erwartungen untergräbt. Und das macht eben Spaß. Das ist etwas geerdeter und melancholischer als zum Beispiel seine durchgeknalltere Donjon-Reihe. Also ist lustig, oder? Alles lustig. Es war so ein bisschen die Reihe, die ich mir von Matt Grönings Disenchantment erhofft habe. Andi, du und Trondheim, wie schaut's da aus? Wir hatten Kontakt, ja. Und zwar hatten wir Kontakt bei, ich glaube, das Unkraut oder so hieß das? Das wilde Unkraut, ja. Das fand ich saugeil. Es hat mir echt Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, das war irgendwie, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, das ist auch irgendwas, was mit Figuren erzählt wird, die man schon von anderen Trondheim-Geschichten kennt. Ich kannte es natürlich nicht, aber ich fand die Story trotzdem toll. Und Trondheim ist so einer, den habe ich wirklich auf dem Schirm. Also nicht die Zeit für Trondheim, aber auf dem Schirm habe ich ihn. Breedsom? Ja, ein, zwei Bände habe ich gelesen, aber das ist auch so ein Projekt, der hat ja unglaublich viel auch gemacht, wo ich mich nicht so richtig rantraue, das näher zu verfolgen. Ja, aber jetzt im Vergleich zu Don John ist das mit seinen bisherigen zwölf Bänden noch relativ überschaubar. Und ich habe mich dann eben wirklich durch diese News gefreut, weil er jetzt in letzter Zeit eher als Autor für Disney-Projekte zum Beispiel aufgetreten ist, zum Beispiel für Donald's Happiest Adventures Horrific Land oder Mickey's Craziest Adventures. Da hat es mich gefreut, dass er wieder zurück zu seinen Ursprungen gekehrt ist und man da wirklich eine runde Fantasy-Story dann geboten bekommt. Ist natürlich immer schwierig zu sagen, naja, im Vergleich zu 300 Bänden Yu-Gi-Oh! oder was auch immer, Naruto, sind zwölf Bände natürlich nicht so viel. Aber nee, ich verstehe schon, was du meinst, aber mir geht es ähnlich. Also ich finde Trondheim auch super. Ich habe relativ wenig gelesen, aber aus dem gleichen Grund, weil gerade so diese so lange Reihen finde ich immer schwierig, da noch wirklich auf Dauer dabei zu bleiben. Ich habe das Approximum Cotinum Comics oder sowas von ihm gelesen, auch sowas autobiografisches, Anthropomorphes. Das fand ich sehr gut. Und ich glaube, seine Spiru-Geschichte habe ich auch mal gelesen. Zeichnerisch finde ich den auch toll und ich finde auch sehr gut, dass der, und den ersten Ralf Asam habe ich tatsächlich auch gelesen. Den gab es mal als Heft beim Gratis-Comictag. Und als wir 2019 verreist sind, habe ich das eingesteckt, weil ich musste ja mit relativ leichtem Gepäck reisen, wollte aber nicht komplett ohne Comics unterwegs sein. Also habe ich so ein paar von so Gratis-Comictag-Heften irgendwie so und Free-Comic-Book-Day-Heften eingesteckt. Und da war auch der mit dabei. Den habe ich dann irgendwie auf Koh-Lantan, einem thailändischen Jungen irgendwie geschenkt, als ich ihn gelesen hatte. Und fand den auch gut. Also ich mag den zeichnerisch, mag ich Trondheim total gerne und finde es auch wirklich gut, wie er in den Geschichten, die sehen funny aus, sind aber nicht durchgängig funny, sondern die können auch ernsthaft und brutal sein, aber eben in diesem funny Zeichenstil und diesem anthropomorphen Zeichenstil. Und nach sowas stehe ich ja. Wir haben ja vor ein paar Folgen, habe ich schon mal irgendwie Canardo erwähnt. Also auch Anthropo, da ging es um Black Sad. Jemand hatte Black Sad vorgestellt und ich habe dann Canardo in den Ring geworfen. Auch als düsteren, brutalen, harten Noah mit anthropomorphen Figuren, die an sich erstmal, ja, nicht zwingend vermuten lassen, dass da so ein harter, dreckiger Comic dahinter steckt. Bei Trondheim ist es noch ein bisschen mehr funny im Stil, als es bei Canardo ist, rein zeichnerisch. Also wenn man sich jetzt nur die Bilder anschaut, kommt man auch nicht direkt darauf, dass es da auch mal brutal hergeht, aber es tut es dann eben auch so. Und das macht Trondheim auch wirklich gut. Der ist ja jetzt auch schon lange dabei, schon lange eine Größe im französischen Comic. Die waren ja mal für so einen Moment lang so ein bisschen die jungen, wilden Trondheim, Christoph Blain, Manu Larsenet, das ist so mein Favorit, Juan Svar. Mittlerweile sind die ja auch schon so die gesetzteren Herren des Betriebes. Ja, aber Trondheim finde ich auch der, da kann man, und die alle, die ich jetzt auch gerade erwähnt habe, ich habe auch von jedem immer nur ein bisschen was gelesen und nicht das komplette Oeuvre, aber ja, durchaus auch so eine Truppe, die definitiv immer meinen Blick verdient haben. Was ich halt auch cool finde, ich habe diesen Mann auch kennengelernt, also bei einer Signierstunde und seine Frau koloriert das Ganze ja ziemlich aquarellig. Die hat dann auch bei jedem eine Zeichnung dann mit Wasserfarben ausgemalt. Also dadurch hat das auch wieder schon so einen schönen aquarelligen Style, den ich auch mag. Und die Bände haben dann auch teilweise sehr lustigen Namen, wie so ein, wie kann man es nennen, wie so ein sarkastischer Kalenderspruch zum Beispiel, Band 4 heißt, ein vergrabener Stein bleibt dumm. Solche Sachen, wo du dann denkst, wie kommen sie denn auf den Titel und dann ergibt das im Verlauf der Story dann auch irgendwie einen verqueren Sinn. Also auch da wird wieder total mit diesen Fantasy-Klischees dann gespielt. Ja, sehr cool. Auch was ich über Don John immer gelesen habe, hieß es ja auch immer so, dass er wirklich so Tropen und Klischees aus Rollenspielen, Videospielen und sonst irgendwas da verwurstet und das aber auch auf eine interessante und innovative Art und Weise auch variiert und persifliert und aber auch dem treu bleibt. Also es klang schon immer alles sehr spannend. Und ich müsste halt das Zeug alles dastehen haben, um mal hinzugreifen. Gerade bei Don John war es dann, die Nummerierung war dann auch irgendwie so wild, dass ich dann auch als Aus... Bei Don John gibt es ja auch zwei, drei Epochen, was es nochmal verwirrender war. Und dann hat er angefangen, das komplett strange zu veröffentlichen. Der war dann bei Band 50 und hat dann auf einmal Band 106 bis 111 rausgebracht. Und dann fängt er an, da so diese Lücken dazwischen zu schließen, während er nebenbei noch diese anderen parallel laufenden Heftserien hat. Deswegen meine ich, Ralf Azzam ist ja bisher noch relativ überschaubar im Vergleich zum Don John. Also das hat mir bei Don John tatsächlich auch mal so ein bisschen den Einstieg. Also ich stand da zum Beispiel in der Erlangen häufig mal in der Bibliothek und da gab es auch dann Don John-Bände, aber ich hatte halt keine Ahnung, wohin greifen und anfangen. Also auch aufgrund dieser Nummerierung. Und dann sind die ja auch nicht durchgängig von ihm illustriert, sondern eben von verschiedenen Leuten, wie unter anderem auch Manu Larsenet. Also dass man auch da nicht so zwingend sagen konnte, okay, wo geht es überhaupt los? Aber ja, okay. Nee, auch von Johns Pfarr und Andreas Mertens, der hat ja auch dann so Sachen von ihm illustriert. Ja. Gut, dann stelle ich den letzten Band des Podcasts, der Episode vor. Erneut eine Literaturadaption und zwar aus der Reihe Richard Starks Parker, der Band The Hunter, adaptiert und illustriert von Darwin Cook. Das ist erschienen bei IDW 2009. Das ist der erste Band von mehreren Parker-Adaptionen, die Darwin Cook gemacht hat. Richard Stark war ein klassischer Hardboiled Noir-Krimi-Autor aus den USA. Eigentlich hieß der Mann Donald Westlake, hat auch als Donald Westlake-Krimis veröffentlicht, aber auch eben unter dem Pseudonym Richard Stark. Und da im Besonderen die Reihe um den, ja, um den kriminellen Protagonisten Parker. Es gibt diverse Verfilmungen. Es gibt die ersten Romane, die sind in den 60er-Jahren rausgekommen. Und ich meine, die erste Verfilmung mit Lee Marvin war vielleicht sogar auch schon Ende der 60er-Jahre, Anfang der 70er-Jahre, hieß Point Blank. War auch schon eine Adaption eben dieses ersten Bandes. The Hunter, dann der Film Payback mit Mel Gibson, basiert auch auf diesem Band. Und dann gab es vor ein paar Jahren nochmal so eine Jason Statham-Verfilmung, die hieß dann einfach nur Parker. Darwin Cook offensichtlich, wie viele andere auch, großer Fan dieser Krimi-Reihe. Hat dann eben diverse Comic-Adaptionen, von verschiedenen Romanen gemacht. Ich habe jetzt hier eben den ersten Band gelesen. Darwin Cook als Cartoonist, natürlich auch vorher schon sehr bekannt, hat für DC verschiedene Sachen gemacht, unter anderem Catwoman. Und ist einer, mittlerweile leider auch schon verstorben, einer der prägnantesten Cartoonisten Nordamerikas, vor allem so im Mainstream-Bereich, finde ich, weil er eben auch einen sehr cartoonigen Stil hat, den man gerade im Mainstream-Comic, gerade auch jetzt im Superhelden-Comic, nicht so häufig zu sehen bekommt. Also in den Hauptserien wird es kaum zugelassen, dass jemand mit so einem extremen cartoonigen Stil daherkommt. Aber Darwin Cook konnte da eben verschiedene Projekte machen und hat dann bei IDW diese Parker-Adaptionen gemacht. Parker, der Protagonist, ist wie gesagt ein Gangster, der hintergangen wird und in diesem ersten Band auf Rachefeldzug geht. Er wird für einen Job angeheuert. Seine Kompagnons bei diesem Job und auch seine Frau, die auch mit dran beteiligt ist, hintergehen ihn. Er wird vermeintlich erschossen, aber eben nicht wirklich. Er stirbt nicht. Er ist noch am Leben und er geht auf Rachefeldzug. Er findet all diejenigen, die ihn dahinter gegangen haben, seine Frau, andere Kompagnons und will einfach seinen Anteil an der Beute wiederhaben. Dieses Geld ist mittlerweile aber bei einer größeren Organisation, bei einem größeren Syndikat gelandet und die sind wenig gewillt, diesen jetzt komisch auftauchenden Kleingangster da Geld auszuzahlen von einem Job, mit dem sie selbst eigentlich auch gar nichts zu tun hatten. Sie hatten auch mit Parker nichts zu tun. Warum sollten wir ihn jetzt bezahlen? Parker sieht das natürlich anders und geht auch entsprechend vor, um seine Ziele dabei zu erreichen. Es ist so richtig, also nicht nur klassischer Hardboiled Noir Krimi in dem Sinne, dass das ein Darwin Cook jetzt als kontemporärer Cartoonist daran angelehnt hat, sondern eben die Story ist halt wirklich aus den 60er Jahren, also aus der Blüte des amerikanischen Hardboiled Krimis und wie gesagt, Parker eben so einer der Lichtfiguren aus dieser Epoche und Periode auch. Von daher kriegt man inhaltlich eben exakt das, was man sich unter sowas auch vorstellt. Also wenn man den Begriff Hardboiled Krimi hört, dann denkt man unter anderem eben auch an Parker. Das heißt für mein Lesevergnügen von diesem Band folgendes. Darwin Cook, wie ich gesagt habe, für mich einer der tollsten Cartoonisten überhaupt. Die Illustrationen sind eine Freude. Auch hier ähnlich wie bei Lukas Jüleger vorhin in schwarz-weiß mit so ein bisschen grau, grau-grünlich leicht, grau-bläulich gehalten, also Schatten eben in so einem leichten grau-blau-ton. Die Panels ohne richtige Umrandungen. Das ist eigentlich immer ein weiß gehalten, die Panelborders. Und der Zeichenstil, sehr, sehr klassisch, könnte eben auch aus der Zeit stammen, in dem diese Bücher erschienen sind, so 50er, 60er Jahre, Cartoonistenstil, ganz, ganz, ganz toll gestaltet. Der Lesefluss an sich ist für mich teilweise schwierig. Er hat gerade am Anfang eine extrem flüssige Erzählung mit sehr, sehr wenigen Worten. So die, in Anführungsstrichen, Wiederauferstehung von Parker und der Beginn seiner Reise auf seinem Rachefeldzug ist nahezu wortlos erzählt und also rein visuell auf fantastische Art und Weise. Aber dann irgendwann kommt es dann an den Punkt, da wird es dann so ähnlich wie in Frank Miller's Sin City, der ja nun mal eindeutig angelehnt ist als moderne Variante an diesen klassischen Hardball-Krimis, wo lange Texte, die könnten eins zu eins aus dem Roman übernommen sein, das weiß ich nicht. Aber lange Fließtext, viel zu lesen, dann eben mit nebenbei noch Panels und Illustrationen. Und da schwankt der Comic dann so ein bisschen hin und her, dass er zwischendrin immer so normale Comic-Transitionen und Sprechblasen, Dialoge hat und dann immer wieder so seitenweise diese langen Texte. Auch das kommt meinem Empfinden von Comic-Lesen nicht so richtig entgegen. Ich mag es nicht so gerne, wenn so lange Fließtexte in Comics drin sind. Da quäle ich mich dann so ein bisschen durch, durch die Seiten und freue mich dann darauf, wenn ich wieder Seiten habe, wo wenig Text ist, vor allem wenig Erzähltext ist und dann eher wieder Dialoge. Dann wird es für mich mehr zu tatsächlich im Comic erzählen, als wenn es eben illustrierter Fließtext ist. Das wiederum ist hauptsächlich persönlicher Geschmack und inhaltlich, was die Geschichte angeht und was die Figurenzeichnung angeht, muss einem klar sein, aus welcher Zeit dieser Hardball-Krimi eben kommt, so aus den 60er Jahren. Es fiel mir an manchen Stellen tatsächlich nicht ganz leicht, diesen Comic jetzt in 2021 zu lesen, gerade was die Figurenzeichnung von Frauen angeht. Frauen, also nicht, dass die Männer gut miteinander umgehen würden in dem Comic, das auch nicht. Aber die Frauen, also das ist so dieses, ich scheue dir erstmal eine und danach willst du mit mir ins Bett gehen. Das kommt halt in diesen, in dieser Zeit, in diesen 60er Jahren Krimis gerne mal vor. Ich kenne da auch andere Beispiele, auch im Film, wo man heute dasteht und sich denkt, na, das, das, das kommt heute nicht mehr so gut rüber, so eine, solche Figurenkonstellationen. Und das kommt in diesem Comic eben auch häufiger vor. Es tauchen diverse Frauen auf und denen wird meistens übel mitgespielt. Wie gesagt, den Männern auch, aber diese Frauen sind halt auch nicht immer, nicht alle davon wirklich so direkt beteiligt an irgendwas. Also die Frauen-Darstellungen sind natürlich alles andere als zeitgemäß. Da bin Cook. Wie gesagt, der Comic ist jetzt auch schon 2009 erschienen. 2009 war die Diskussion wahrscheinlich auch noch nicht so, wie sie jetzt 2020, 2021 ist, wenn es um solche Themen geht. Und hat sich halt damals einfach dafür entschieden, den Roman mehr oder minder eins zu eins wahrscheinlich in Comicform zu übertragen und da jetzt nicht irgendeine Modernisierung vorzunehmen, die er vielleicht auch in dem Moment nicht für nötig empfunden hat. Aber wie gesagt, das kann für den einzelnen Leser, die einzelne Leserin das Lesevergnügen dann eventuell eben auch trüben. Also man muss sich das natürlich dann immer klar machen, man liest hier eine Geschichte aus den 60er Jahren, auch wenn sie jetzt 2009 veröffentlicht ist. Den einen oder anderen mag das nicht stören. Manche stört es vielleicht. Wie gesagt, sind Gedanken, die ich beim Lesen eben so hatte. Jetzt hatte ich gerade irgendeinen Gedanken, über den ich jetzt im Moment auch wieder so ein bisschen weggekommen bin, der mir jetzt gerade nicht, der mir jetzt gerade aus dem Sinn gefallen ist. Darum gebe ich jetzt mal wieder das Wort in die Runde. Breedstorm. Sprich, was hast du zu Darwin Cook oder vielleicht sogar zu der Parker-Reihe zu sagen? Ja, ich glaube, Darwin Cook haben wir schon mehrfach lobend erwähnt. Die Parker-Reihe hatten wir tatsächlich im Podcast auch schon angesprochen. Und ich habe gedacht, hey, da habe ich doch mal eine schöne Rezension zu exakt diesen Titel geschrieben. Habe eben recherchiert. Das war nicht ich, das war der Steffen. Und zwar ist das zu finden auf comic-community.net. Da hat der Steffen im Jahre 2014 exakt diesen Band rezensiert. Ich habe ihn damals auch gelesen. Und ja, also ich habe mit diesem Noir-Genre auch ein gespaltenes Verhältnis. Wenn ich halt immer dieselbe Geschichte mit denselben Klischees hundertmal wiedererzählt bekomme, langweile ich mich auch. Also wenn, dann muss da was Spannendes, Neues dazukommen, wie es bei Black Set zum Beispiel der Fall war, mit dieser tierischen Ausrichtung, die er da einfach eingenommen hat. Den da hatte ich so mittelmäßig in Erinnerung. Also wie du schon sagst, Zeichnungen ganz gut. Aber ich bin mit, das ist jetzt auch nicht mein Lieblingsgenre, das Noir-Genre. Wenn ich das hier richtig sehe, dann könnt ihr den kompletten Comic auch bei Kindle Unlimited lesen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber das hat man doch, wenn man Prime-Kunde ist, oder? Ich glaube, ja. Und das würde bedeuten, dass ihr das komplette Ding digital auf euren Tablet lesen könnt, was ja schon ganz geil wäre. Oder zumindest das erste Volume. Ich glaube, es gibt vier Volumes, wenn ich das richtig verstehe. Also es gibt eben mehrere Bände. Wie gesagt, es sind alles Adaptionen einzelner Romane. Und es kann sein, dass es vier Stück sind. Also es sind mindestens vier Stück, das weiß ich. Soweit ging meine Recherche. Und ja, also es klingt realistisch. Patrick, du, Berührungspunkte mit Darwin Cook oder Parker? Mit Darwin Cook eher, mit Parker nein. Also ich mag Darwin Cook für seine Arbeiten zum Beispiel an Catwoman, wo ich diesen Spagat, cool fand, dass er das sehr wohl retrohaft gemacht hat. Und trotzdem es glaubwürdig war, dass Catwoman auch in der Epoche dann etwas Feminines an sich hatte und sich zur Wehr zu setzen wusste. Auch da war es so diese mob-getränkte Welt. Catwoman ist da ein bisschen was widerfahren, aber sie konnte sich dementsprechend zur Wehr setzen. Sie war nicht wehrlos. Und ich mag ihn auch sehr für The New Frontier. Das war so eine DC-Reihe. Da hat man quasi gezeigt, wie sich die Justice League oder wie sich die Justice League so in den 50er, 60er Jahren gebildet hätte. Da haben sie auch ein paar interessante Konstellationen gemacht. Vor allem, wenn der Marsianer dann in Roswell der 50er Jahre landet, da hatten sie wirklich interessante Gedankenspiele auch. Fand ich eine sehr coole Reihe. Und er war mit so das Highlight der Before-Watchmen-Reihe, seine Minutemen-Reihe. Das war tatsächlich für mich so die lesenswerteste Auskopplung aus dieser Reihe, die ansonsten recht auszauerschbar war. Ich habe keinen von diesen Watchmen-Nebenbänden gelesen. Aber das ist tatsächlich der einzige Band, wo ich mir immer dachte, den würde ich eigentlich vielleicht mal lesen, weil ich die Minutemen-Geschichte interessant fände. Und eben, weil Darwin Cook für mich da genau der richtige Zeichner ist, um so eine Superhelden-Geschichte aus dieser Epoche da auch zu erzählen. Also das sah auf jeden Fall lesenswert aus. Das ist eben das, was du in Watchmen angedeutet bekommst, durch diese Biografie von Ozymandias von Night Owl. Das wird dann ein bisschen vertieft. Auch diese kritischen Punkte werden nicht ausgespart. Deswegen hat das für mich auch so einen gewissen Mehrwert gehabt, weil man diese Autobiografie dann eben mal auch zeichnerisch umgesetzt bekommen hat. Es ist mir auch wieder eingefallen, welchen Gedanken ich vorher noch hatte, den ich noch erwähnen wollte. Wie gesagt, Darwin Cook, vor einigen Jahren verstorben. Was ich so aus Interviews mit anderen Menschen mitbekommen habe, die mit Darwin Cook zu tun hatten, war der auch nicht immer der einfachste Mensch. Also der scheint im Umgang nicht immer sehr pflegeleicht gewesen zu sein, hat auch sich mit Menschen verkracht und Beziehungen abgebrochen. Also worauf ich hinaus will, und das ist natürlich auch reine Spekulation, ich kann mir vorstellen, dass Darwin Cook jetzt auch niemand war, der zwingend immer politisch korrekt und die Social Justice Warrior Flagge irgendwie hochgehalten hätte oder so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Darwin Cook bei diesen Parker-Bänden gesagt hätte, das sind nun mal Romane aus den 60er Jahren, die haben anders erzählt, da waren die Figuren, Zeichnungen alle eben anders, das muss man mitdenken und da kann man sich auch im Jahre 2020 nicht darüber aufregen, wie da mit Frauen umgegangen wird. Das ist jetzt hier reine Spekulation bis Unterstellung, aber das sind eben, wie gesagt, so Gedanken, die ich mir beim Lesen auch gemacht habe. Für mich war es dann in dem Moment so, wo ich mir gedacht habe, ich weiß, da gibt es noch mehr Bände, die sehen auch bestimmt wunderschön aus. Ich mag auch das Hard-Boiled-Crime-Genre sehr gerne, deswegen habe ich den Band auch, auch wenn es eine Weile gedauert hat, bis ich ihn gelesen habe. Aber dann habe ich mir auch wiederum gedacht, ja, aber vielleicht ist das auch dann doch ein bisschen veraltet in dem Sinne, dass ich nicht zwingend alle Bände davon lesen muss. Dass ich jetzt mit dem Band eigentlich erst mal ganz gut bedient bin, den gelesen zu haben und dann wieder eher zu Sachen greife, die sich auf dieses Genre und auf diese Epoche beziehen, aber eher in einem moderneren Gewand, wo man dann auch mit anderen Darstellungen, unter anderem von Frauen, auskommt. Ich bin da aber auch tatsächlich bei Breedstorm. Ich mag das Genre Noir. Also gerade durch Sin City habe ich quasi so ein bisschen meine Vorliebe auch für erwachsenere Comics entdeckt. Aber es ist bei mir bei Noir auch so, dass ich da nicht allzu viel am Stück lesen kann, weil sich da viele Tropen echt ständig wiederholen. Und da gönne ich mir das auch in gewissen Abständen, damit es mir nicht zu monoton wird. Das ist sowieso immer ein ganz interessantes Gespräch mit meiner Frau diese Woche auch. Es gibt so bestimmte Genres, denen man immer, denen man etwas näher steht als anderen Genres. Und wenn man einem Genre nicht ganz so nahe ist, dann fallen einem solche Klischees und Tropen immer viel schneller auf und gehen einem auch schneller auf den Nerv. Und bei einem Genre, dem man quasi komplett verfallen ist, da nimmt man sowas immer viel leichter hin. Also bei meiner Frau jetzt zum Beispiel, wir haben eine Krimi-Reihe mal irgendwie ein, zwei Folgen die Woche angeschaut. Und sie hat nach der ersten Folge schon gesagt, naja, ist ja wieder so wie alle britischen oder skandinavischen Krimis da, das und das. Und ich weiß genau, so und so geht es jetzt schon weiter und ist ja immer so wie immer. Und dann habe ich gesagt, naja, und wenn es ein Haunted House Horror ist, stört dich das alles nicht. Da kannst du fünf von hintereinander wegschauen. Die sind auch immer das Gleiche. Aber dem Genre bist du halt näher verbunden. Da hast du mehr Spaß dran. Bei einem Krimi, den kannst du halt ab und zu mal gucken. Aber da fällt es dir halt dann schneller auf, wenn, naja, habe ich ja schon tausendmal gesehen. So ist ja immer das Gleiche. Und das ist auch vollkommen normal. Ich glaube, das geht den meisten Menschen so. Die einen sagen, Mensch, Romantic Comedy ist alles das Gleiche. Die anderen sagen, Actionfilm ist alles das Gleiche. Die anderen sagen, keine Ahnung, Horror ist immer alles das Gleiche. Und man hat halt so seine bestimmten Vorlieben. Das ist da halt so. Ich sage aber, bei den Genres, die man mag, da wird man auch dann tatsächlich eher so zu einem Trashtaucher und gibt sich dann deutlich mehr, um ein bisschen mehr zu entdecken. Genau. Ich behaupte, also so etwas spaßhaft, boshaft bei meiner Frau auch immer, sage ich immer, du schaust lieber irgendeinen schlechten Horrorfilm als ein gutes Drama. Der erste Instinkt ist immer, egal, irgendwas aus der Horrorkategorie, das schalte ich viel schneller ein, als irgendwie mal eine hochgelobte Komödie anzugucken. oder so. Na gut. Dann kommen wir hier mal rund zum Ende. Wir haben wieder acht Comics vorgestellt. Manche davon haben wir mehr empfohlen als andere. Gebt uns gerne wieder mal Feedback. Erstens zu unserem Podcast. Zweitens zu den Comics. Ist da was dabei, was ihr kennt? Was sind eure Meinungen dazu? Ist da was dabei, was euch jetzt vielleicht interessiert? Dann sagt uns das auch gerne. Wir sind zu finden auf ganz vielen Kanälen, haben wir festgestellt. Wir sind auf Facebook. Wir sind auf Instagram. Wir sind auf Twitter. Wir sind auf Signal. Auf Telegram. Es gibt einen Discord-Server irgendwie auch. Also wir sind nicht schwer zu finden. Ganz genau. Zum einen natürlich wieder auch der Hinweis, dass wenn ihr nicht die Gelegenheit habt, bei euch lokal vor Ort irgendwo Comics zu kaufen, wir uns natürlich sehr freuen würden, wenn ihr unsere Affiliate-Links nutzt. Das heißt also, ihr guckt mal in die Shownotes oder euren Podcatcher. Da findet ihr Möglichkeiten zu Amazon die Comics zu kaufen, zum selben Preis, wie ihr sie uns sonst auch kaufen würdet, nur dass wir diesmal ein paar Cent abbekommen. Das ist der eine Hinweis. Das, was mit dem Discord-Server, was der Andi schon meinte, also da ist was im Aufbau von der Comic-Community. Das gibt es, aber ganz ehrlich, das ist total tot. Da sind wir noch dabei, das hübsche Neue und aufzubauen und so. Dazu vielleicht in der nächsten Ausgabe mehr. Und das Letzte, das ist ein sehr lieb gemeinter, guter Hinweis an euch da draußen, denn wie ihr allesamt wisst, fallen die Veranstaltung dieses Jahr ja alle aus. Es waren nicht nur der Salon oder auch jetzt hier München, wird ja scheinbar mehr so eine Art Museumsgeschichte machen und so richtig online geht da auch noch nichts. Was aber definitiv gehen wird, ist die Comic-Jade, die ja sonst in Aachen stattfindet. Die heißt dieses Jahr etwas anders, nämlich Comic-Jade X. Anders, so viel wie mal anders heißt das dann und ist eben auch rein digital, findet vom 29.03. bis 10.04.2021 statt, also in den Osterferien. Und da gibt es die diverse Workshops, Panels und Lesungen. Auch da gibt es schon ein buntes Programm. Ganz tolle Dinge warten da auf euch und sagen wir mal so, ein uns allen recht bekannter Podcaster hat da schon die Tage ein längeres Interview aufgezeichnet mit dem Chef des Teams, das aktuell die Peanut Comics veröffentlicht. Auch da möchte ich unbedingt dazu raten, dass ihr euch mal genau anschaut, was bei der Comic-Jade X. Anders in diesem Jahr geht. 29.03. bis 10.04.2021 Comic-Jade.de Eine der wichtigsten Comic-Veranstaltungen in Deutschland müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Guter Hinweis noch. Patrick, möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor wir Tschüss sagen? Nö. Nur die 100 rückt langsam näher. Eieieiei. Ja, das stimmt. Spätestens in zwei Monaten, wenn wir nicht noch irgendwo zwischendrin eine Sonderfolge reinschieben, die uns plötzlich den Planungsvorlauf verkürzt. Das wäre unangenehm. Ja, gut, dann. Dann wäre tatsächlich der nächste Monat die 100. Folge, wenn da was kommt. Ja, dann müssen wir erst mal die 99,2 dazwischen schieben oder so. In die Runde erstmal wieder herzlichen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt und einen herzlichen Dank an alle Zuhörenden. Wir hören uns spätestens wieder in einem Monat mit Folge 99. Bis dahin, macht's gut, lest Comics. Adieu. Viert euch. Juppurm. Tschaui. Die Comic-Cookies. Eine neue Episode. Und das heißt, es gibt von mir den Witz des Monats. Dieses Mal wieder ein Witz von Fritz. Also das vorletzte Mal hatten wir das Fritzchen. Das ist jetzt erwachsen. Und als Fritz bekannt und geht also gerne in einen Imbiss mittags. So hat er auch sein Lieblingsimbiss. Und als er den betritt, fällt ihm direkt ein älteres Pärchen auf, das einem der Imbisstische steht. Und der Mann hat vor sich einen Hamburger, in den er genüsslich reinbeißt, mit Pommes. Die Frau hingegen hat so gar nichts vor sich stehen. Und Fritz packt das Mitleid und er geht auf sie zu und sagt, ja, essen Sie denn nichts? Darf ich Ihnen was ausgeben? Sagt der Mann dazu, nee, lassen Sie mal, junger Mann. Meine Frau wird noch essen. Wir teilen alles. Ja, aber Sie könnten doch gemeinsam essen, sagt Fritz. Warum essen Sie nicht gemeinsam? Darf ich Ihnen wenigstens eine Portion Pommes ausgeben, damit Sie gemeinsam essen? Nein, sagt der Mann, Sie wird noch essen. Wir teilen wirklich alles miteinander. Fritz fragt immer noch unverständlich. Ja, aber warum essen Sie denn dann nicht? Also das Essen steht ja da. Wenn Sie sich das teilen, können Sie doch gemeinsam essen. antwortet diese Frau darauf, junger Mann, wir teilen wirklich alles miteinander. Ich warte noch auf die Zähne. Bis denn.